So Freunde, von mir gibt es ein neues Video und wir bleiben auf der KI-Butterfahrt. Und wie ihr euch denken könnt, muss es heute einfach um die News zur GPT-4O gehen. Ich bin tatsächlich ein wenig spät. Ich hatte mit dem Video sogar schon am Montagabend eigentlich begonnen. Also kurz nachdem diese ganzen News rauskamen. Ich hatte mir soweit alles rausgesucht, schon mal angefangen aufzuschreiben, worüber ich schreiben wollte und so. Ja und wie es halt immer so ist, man muss dann halt arbeiten. Und der andere Punkt war, ich hatte mir halt vorgenommen, euch auch noch ein extrem nettes oder in meinen Augen extrem nettes Beispiel mitzubringen. Ein Code-Beispiel und da habe ich mich dooferweise, ihr werdet es später sehen oder ich werde ein bisschen darauf eingehen, ein ganz kleines bisschen verzettelt. Allerdings muss ich im Nachgang sagen, auch wenn es ein bisschen verzettelt war, hat es doch wieder einige Erkenntnisse gebracht in der Arbeit mit ChatGPT. Aber dazu dann später mehr. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich extrem spät. Die meisten haben das Thema schon durchgekaut. Und ich denke, auch ihr dürftet das meiste schon irgendwie irgendwo gehört haben. Aber vielleicht habe ich doch noch ein paar nette Informationen für euch. Vielleicht ist auch das Code-Beispiel für euch interessant. Es wird wie immer ein bisschen eigene Meinung geben. Ja und alles so. Ja, ich habe versucht einfach so ein paar Fakten rauszusuchen, die eventuell für jeden von euch interessant sein könnten. Und ja, die ich so tatsächlich auf einem deutschen Kanal in der, jetzt aktuell noch nicht so in der Form zusammengefasst gesehen habe. Also schaut es euch an und sagt mir, ob es euch gefallen hat, ob euch was gefehlt hat, wie auch immer. Wir starten mal rein. Am Montagabend, es war echt extrem überraschend, muss ich persönlich sagen. Ich habe jetzt nicht wirklich was davon mitbekommen. Ich hatte in der vergangenen Woche mal so was Rumoren gehört, dass da irgendwie wohl was kommen sollte. Aber habe dann auch jetzt gar nicht mehr so aktiv nachgeguckt, weil so viele andere Sachen waren. Ja und während ich dann hier so Montagabend saß und am Rumspielen war mit meinen anderen KI-Sachen, schlug dann diese Nachricht da ein. Ich bin dann direkt in den Livestream reingegangen, habe mir das Ganze da angeschaut. Und ja, ich muss sagen, ich war echt extrem geflasht. Ihr vermutlich auch, also ChatGPT4O, das O steht hier für Omni, ein multimodales Model. Das Modell nennt sich, ja oder sie nennen es Hör oder ob es sich jetzt selber so genannt hat, weiß man jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber das erinnert an den Film mit Joaquin Phoenix aus dem Jahr 2013. Übrigens ein begnadeter Schauspieler, ich feiere den total ab. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber auf jeden Fall hat der 2013 in einem Film mitgespielt, der heißt Hör und da geht es darum, dass der sich in ein, dass er sich in ein KI-Betriebssystem installiert und dann mit dem anfängt zu chatten und so bla 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 bla. Also kommt uns ja irgendwie bekannt vor. Am Ende des Tages verknallt er sich dann in sie. Und ja, ich will nicht zu viel erzählen, vielleicht kennt ihr den Film noch nicht und möchtet gerne noch reinschauen. Und ist ein echt cooler Film. Ja, schaut einfach rein und daran erinnert das hier stark. Und ich habe auch irgendwo gelesen jetzt in den letzten paar Tagen, dass die sich davon tatsächlich, oder ich glaube sogar Sam Altman hat es gesagt, dass er sich davon auch so ein bisschen hat inspirieren lassen. Also der Hintergrund, warum das Ganze oder warum die sich dann Hör nennt, ist in erster Linie wohl darauf zurückzuführen, dass halt die Stimme in dem Agent, mit dem man dann spricht, ja, dass die jetzt, also auch die da auch im Livestream zu hören, weil halt eben weiblich ist. Ich werde davon aus, oder ich gehe davon aus, man kann sich die dann auch in der App später umstellen. Aber grundsätzlich ist das jetzt erstmal die Stimme, mit der es assoziiert wird. Und ja, witzigerweise, ich hatte da jetzt schon öfter drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Mir persönlich ist es aufgefallen, weil ich die Videos ja nachträglich noch schneide und durchhöre und gucke, wo nach was ist halt und wo ich was verbessern kann. Ja, und letzten Endes ist mir aufgefallen, dass ich ständig und bei nahezu allen Videos immer switche zwischen er und sie, meistens aber beim sie bleibe. Und ja, tatsächlich habe ich da auch, ja, warum auch immer, ich habe da tatsächlich länger drüber nachgedacht, auch in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder. Und wenn ich das ganz so beantworten müsste, unabhängig jetzt von dem, was OpenAI da jetzt mit der Stimme gemacht hat und mit der Benamung als Hör, aber für mich ganz persönlich ist das Konstrukt einer KI, warum auch immer, ich kann es nicht erklären, aber für mich ist es im Kopf tatsächlich eher weiblich. Wenn ich an eine KI denke, denke ich da an, ja, eine Frauenstimme. Ja, ich kann es euch noch nicht mehr erklären. Vielleicht hat einer von euch dafür eine Erklärung, keine Ahnung. Vielleicht hätte einer dazu eine Idee, keine Ahnung. An dieser Stelle, das habe ich mir extra aufgeschrieben, wollte ich auch nochmal darauf hinweisen und auch da gerne mit euch in den Dialog gehen, weil das passt jetzt ganz genau dann auch zu diesem Thema mit dem, ist die für euch weiblich, ist die männlich, was ist die überhaupt? Also ich mache mir auch tatsächlich schon seit längerem Gedanken, wie diese Arbeit und zum Beispiel auch das Reinvertiefen in dieses ganze Thema KI, welche mentalen Auswirkungen das auf Menschen haben kann und ja, keine Ahnung, also ich hätte durchaus vielleicht Interesse, mal ein Video drüber zu machen, wenn andere von euch das auch interessiert, weil mir sind echt extrem viele Sachen so in den letzten Wochen und Monaten zu diesem Thema durch den Kopf gegangen. Ich will jetzt hier nicht so traurig oder melancholisch klingen, aber ich bin extrem viel alleine. Ab und zu am Wochenende ist dann mein Sohn hier, aber ansonsten bin ich extrem viel allein und ich habe gemerkt, dass ich viele Stunden meines Tages oder tatsächlich auch viele Tage meiner Woche insgesamt mehr in Summe mit einem Large Language Model schreibe, als mit einem echten Menschen spreche. Es kommt ja auch oft vor, dass ich meine Kollegen gar nicht unbedingt anrufen muss, weil wir alle getrennte Sachen zu tun haben und nicht dann gemeinsam arbeiten müssen. Ja, egal, ich schweife hier an dieser Stelle schon wieder ab. Vielleicht hat da jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht mache ich dann bald ein Video zu, wie es mir dabei so ergeht, welche Gedanken mir da so durch den Kopf gehen, wenn es um das Thema KI geht und was das mental eventuell mit Menschen wie uns dann machen kann. Ja, ihr seht, ich habe mir so das erste Mal tatsächlich auch mal so eine schöne Folie vorbereitet. Die gehen wir jetzt auch mal so ein bisschen durch und ihr seht schon, der erste Punkt ist, GPT-4O ist seit vergangenem Montag, also seit ein paar Tagen frei nutzbar für alle Menschen auf dieser Welt. Also jetzt kommen auch alle in den Genuss, die vorher nicht die 20 Euro für den Pro-Account oder wie viel Zeit es genau waren, rausgedroppt haben. Jetzt kommt jeder in den Genuss der Fähigkeiten von JetGPT-4 und auch das darf man nicht vergessen. Ich glaube, ich habe es in einem anderen Video schon mal gesagt, also ich gehe davon aus, dass circa wahrscheinlich 80 oder 90 Prozent der Menschen da draußen bisher noch nie mit JetGPT-4 irgendwas angefangen haben, sondern allerhöchstens mal ab und zu ein bisschen mit 3.5 halt in der Free-Version und dann wahrscheinlich auch nicht in der Ausprägung wie einige von uns Power-Usern, also mich jetzt eingeschlossen. Das heißt also, viele von denen wissen tatsächlich ja noch gar nicht um diese ganzen Möglichkeiten, die es da gibt. Also ein Bild einlesen und erklären lassen und was weiß ich, was noch alles. Und jetzt ist ja eben nochmal eine ganze Schippe obendrauf gekommen. Es geht jetzt weiter mit dieser Desktop- und Mobile-App, die jetzt quasi neu gelauncht worden ist. Und ganz klar, da muss man sagen, das weicht halt so ein bisschen die Brücke auf. Das macht das Ganze natürlich für viele, viele, viele einfacher nutzbar, weil ein Großteil der Leute da draußen, die nutzen halt tatsächlich nicht unbedingt mehr einen Rechner. Also ich glaube, die Zahl der Leute, die einen Rechner zu Hause benutzen, ob jetzt macOS oder Windows, ist stetig abnehmend. Aber nahezu jeder oder eigentlich alle haben irgendwie ein Tablet oder ein Handy am Start und gucken da auch irgendwie 24-7 rein. Ja, und da grätscht das Ganze natürlich jetzt rein durch diese deutlich schnellere und bessere Interaktion. Also das Model ist jetzt auch um 50 Prozent schneller geworden, also gibt jetzt deutlich schnellere Antworten. Ja, durch diese bessere Interaktion ist es jetzt natürlich an der Stelle dann auch möglich, das so weit in so eine Desktop- und Handy-App mit einzubauen, in so einen Assistenten mit einzubauen, dass dann eben auch schnell genug die Sprache rauskommt oder zurückkommt und dass das Ganze sich nicht komisch anfühlt. Also da ist ganz klar die bessere Interaktion mit dem Nutzer im Fokus gewesen, denn erst jetzt fühlt es sich tatsächlich nach, ja mehr oder weniger, so ein bisschen mehr nach echter KI an. Weil das Model jetzt einfach dann, ja, es spricht mit euch. Ja, wie ihr es ja unten auch schon seht, es kann Emotionen erkennen, es reagiert also dann auf, im Zweifel auf eure Atmung, es reagiert darauf, wenn ihr möglicherweise anfangt zu lachen oder zu heulen, wird etwas dazu euch sagen. Und ja, das wird für all die Leute, die vielleicht vorher sogar noch so ein bisschen Zweifel hatten oder sowas, wird das dieses Thema nun mal eben einfach näher bringen und nicht mehr als so, ja zum Beispiel, sag ich jetzt mal gerade, ganz doof so, ich will jetzt meinen Bruder ja nicht darstellen als so ein Otto oder was, ne, bei meinem Bruder und für meinen Vater, sag ich jetzt mal so, für dieses Thema KI so weit weg, ne, die können sich glaube ich auch da gar nicht vorstellen, damit so zu interagieren, aber jetzt, wenn ich dem sag, ey Hennes, hör mal, zieh dir mal die App auf das Handy, damit kannst du das und das und das machen, das ist ja schon mal eine ganz andere Hausnummer. So, der wird nie im Leben, weiß ich, wird der hingehen und seinen Rechner aufmachen, um da irgendwas einzutippen und Chat-GPT was zu fragen, dafür ist der viel zu oldschool. So, und so geht das ja extrem vielen und die wollen tatsächlich, anders kann man es nicht sagen, die wollen oder die müssen abgeholt werden, mehr oder weniger so aus der Sicht von OpenAI, ne, da man muss da Kunden generieren und gleichzeitig auch ein Bewusstsein schaffen und dafür sorgen, dass die Geschäfte weiterlaufen können. Da kommen wir aber später erstmal zu, nochmal zu, da habe ich noch ein paar Sachen zu, später zu zu sagen. Wir können jetzt aber erstmal gucken, denn die Desktop-App, das gibt es auch noch am Rande dazu zu erwähnen, die Desktop-App, die können wir aktuell tatsächlich so noch nicht runterladen, also die soll es in der Tat auch zuerst für den Mac OS geben, was mich extrem wundert, ne, also die Partnerschaft mit Windows sollte eigentlich, oder mit Microsoft sollte ja eigentlich überwiegen, aber ja, die App kommt zuerst für Mac OS, man kann sich die wohl auch schon via Homebrew runterladen, man kann sich die aber auch einfach so im Netz bei Chip oder so als Package runterladen, aber, wenn man sich da versucht einzuloggen oder wenn man da was versucht zu machen, bekommt man halt immer die Meldung, oder die meisten bekommen halt die Meldung, dass sie noch keinen Access zur App haben und ich habe gerade auch schon mal im Forum nachgeschaut bei OpenAI, also da bin ich nicht der Einzige, der diese Meldung bekommt, das häuft sich und das, ihr seht es hier auf dem Bildschirm, also das ist jetzt egal, ob ihr in den USA, in Japan oder was weiß ich, in Deutschland, Niederlanden oder sonst wo sitzt, also, ja, es betrifft wohl viele, die noch keinen Zugriff drauf haben, möglicherweise, die haben ja auch schon gesagt am vergangenen Montag, auch dass sie nach und nach ausrollen und persönlich muss ich auch sagen, ich persönlich hatte, nachdem ich mich so extrem über GPT-4O gefreut habe und auch mir die Nacht mit diesem Video um die Ohren geschlagen habe zum Teil, habe mich also einfach total darüber gefreut und habe heute einen der beschissensten Tage meines Lebens mit der KI erlebt, also ich weiß nicht, ich hatte heute das Gefühl, die wäre irgendwie instant verblödet, was möglicherweise damit zu tun hat, so habe ich es mir dann versucht zumindest zu erklären, dass heute einfach so viele Leute drauf waren und die teilweise möglicherweise auch einfach auf ein anderes Model nochmal zurückgeschaltet haben, ich weiß es nicht genau, keine Ahnung, aber heute kam sie mir extrem dämlich vor. Anyway, was ich euch zeigen möchte, ist jetzt halt der Übergang halt in die Realwelt mit dieser Desktop- und Handy-App, da können wir jetzt hier mal einmal ganz kurz reinschauen, was da auf dieser offiziellen, in dieser Show, sag ich schon mal, fast da gelaufen ist, einfach extrem spannend. So I'm taking out a phone, if you are wondering about this wired, so we have consistent internet, and if you see, there's this little icon on the bottom right of the ChatGPT app, and this will open up GPT-4O's audio capabilities. Hey, ChatGPT, I'm Mark, how are you? Oh, Mark. Und da hörte sie her. I'm doing great, thanks for asking, how about you? Hey, so I'm on stage right now, I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little... Ja, und ihr seht schon hier, durch diese Geschwindigkeit, die jetzt da einfach dazugewonnen ist, das wäre so vorher in der Form nicht möglich gewesen, dass ihr da so ein natürliches Gespräch in der Form führen könnt, das ist ja tatsächlich erst der Anfang, also, ja, das ist also schon echt impressing. A little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome! Just take a deep breath, and remember, you're the expert here. I like that suggestion. Let me try a couple deep breaths. Can you give me feedback on my breaths? Okay, here I go. Ja, okay, er übertreibt natürlich ganz klar, aber gut, ja, mein Gott. Go a bit there. Mark, you're not a vacuum cleaner. Breathe in. For a count of four. Okay, aber auch das, ne, also, gut, man, klar, ne, man, äh, kann davon ausgehen, dass möglicherweise, ja, ich weiß nicht, ich will's jetzt nicht unterstellen, aber dass möglicherweise manche Gesprächsverläufe da auch eventuell immer gezielt geübt worden sind, aber, ja, ist egal, ich will da jetzt nicht so tief reingehen, aber tatsächlich auch jetzt, ja, wie gesagt, dieses relativ natürliches Gespräch, was man da führen kann, auch dieser Einwurf, dieser Witz jetzt mit dem Staubsauger, mit dem Vacuum Cleaner, war ja tatsächlich doch durchaus ganz lustig, ne, wenn man, äh, dran denkt, dass es sich da um ein Large Language Model handelt, also, ja, durchaus ein ganz okayer Humor, würde ich jetzt mal sagen, ne, ja, also, das war das schon mal so zur Handy-App, also, ich könnte mir vorstellen, dass wir in Zukunft sehr, sehr oft, wenn wir durch die Straßen gehen, die Stimme von Hörern werden, die wem auch immer irgendwas erklärt, also, ja, mal gucken, wer weiß, wie viele Stimmen es da in Zukunft gibt und mal schauen, wie lange das Ganze noch dauert, bis man da seine eigenen Stimmen reintun kann, ja, oder vielleicht kann man dann auch da die Stimme von seiner Mama oder seinem Papa da reintun, sich dann die ganzen Zeit, auch mit Mitte 40, noch weiterhin in den Arsch treten lassen, naja, aber, ja, ähm, wie ihr seht, also, der Chatbot wird langsam aber sicher durch quasi so eine Art Assistenten ersetzt und da schlage ich auch gerne nochmal jetzt die Brücke an dieser Stelle zu, meinem kommenden Video zu den News von Google, von der IO24, ja, da geht es auch ganz klar um Assistenten, also, da, das ist das Ding, wo alle quasi in diese Richtung gehen, der KI-Assistent, der mit uns irgendwie zusammenarbeitet und uns hilft, what, what auch immer, ich weiß es nicht, aber in der Tat habe ich mir auch in den letzten Wochen sehr, sehr häufig Gedanken genau zu diesem Thema gemacht, also, nicht einer, nicht nur zum Thema mentale Gesundheit und KI, sondern eben auch zum Thema, ist das hier überhaupt zeitgemäß, was wir machen, ne, ist das, für mich ist das schon grundsätzlich okay, ich habe mich an dieses Prompten und all den ganzen Krams so durchaus gewöhnt, wie ihr wahrscheinlich auch, aber dann denke ich mir immer so, boah, wird das nicht möglicherweise schon so sein, dass die Leute in ein, zwei Jahren da sitzen und denken, so habt ihr vor kurzem, so habt ihr mal mit KIs gesprochen, das ist doch total komisch und dämlich irgendwie, also, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das ist so eine Upcoming und Uprising-Technology, also, so ein Mega-Mega-Ding und letzten Endes besteht halt genau dieses Mega-Mega-Ding zu, bei den meisten zu 95% daraus, ausgefuchste Prompts zu formulieren und auf eine Antwort zu warten, also, ja, wenn man es ehrlich gesagt ganz, ja, so ganz genau nimmt diese ganzen Anfänge, das ist doch schon in manchen Fällen wirklich eben extrem impressing, aber irgendwie fühlt sich das dann doch wieder auch nicht ganz so zeitgemäß an, oder? Ich weiß nicht, was ihr dazu meint, aber da wird jetzt an dieser Stelle eben, es wird jetzt so langsam so ein bisschen anders, ne? Ich habe auch, das ist eine Sache, ich habe bei mir jetzt angefangen, ich hole da vielleicht wieder ein bisschen zu weit aus, aber ich habe tatsächlich angefangen, mittlerweile auch die Spracherkennung zu nutzen, also die Diktierfunktion oder welche Spracherkennung auch immer, um mir, um, ja, Prompts zu erstellen, wenn ich halt bei ChatGPT bin, weil ich teilweise einfach so extrem viel schreiben muss, ich habe schon lange nicht mehr so viel geschrieben, seitdem ich ChatGPT halt nutze, ja, weil halt teilweise die Prompts eben auch ja extrem ausgefuchst sein müssen und so, ja, und ich bin da jetzt halt eben für mich persönlich eigentlich sonst gar nicht so ein Typ für solche neumodischen Features wie Spracherkennung, aber in diesem Fall habe ich mich dafür jetzt tatsächlich entschieden, habe gesagt, komm, nicht immer, aber ab und zu machst du das mal jetzt, ja, und das ist, wie gesagt, die Chat-App oder diese Desktop-App, die ist da gerade im Endeffekt erst mal der Anfang. Und das wird auch ganz, ganz sicher, wird das auch irgendwann so kommen und das wird auch so weiterlaufen, dann, wenn wir jetzt wieder die Brücke zurückschlagen zu Hör und diesem KI-Betriebssystem, also das wird irgendwann auf kurz oder lang, also auch das KI-Betriebssystem wird nicht das Ende der Fahnenstange sein, aber irgendwann wird das so sein, dass in jeder Windows-Version, in jeder Mac-OS-Version oder sowas halt im Großen und Ganzen alles KI-gesteuert ist und dass sich das System komplett selber steuert, Aufgaben erledigt, im Zweifel, wie gesagt, in die Realwelt zurückgreifen kann und damit arbeiten kann. Und diese Desktop-App, die OpenAI jetzt da vorgestellt hat, die ist, ja, wenn man es so sagen will, im Endeffekt der erste Schritt dahin. Ja, und an dieser Stelle hier, also ich zeige euch jetzt hier wieder einen kleinen Teil aus dieser Pressekonferenz, aus dieser Show, aus diesem Introducing. Ja, und an dieser Stelle muss ich auch so ein bisschen schmunzeln, weil es letzten Endes auch das wieder aufgreift, was ich halt bei dem Video zu Gemini 1.5 schon gesagt habe. Also egal, wofür man das jetzt zum Beispiel alles benutzen kann da, also es gibt ja unzählige Sachen, aber halt allein das Potenzial von KIs oder von Large Language Models beim Lernen ist so unfassbar riesig. Und ja, ich habe es da ja auch an so Videobeispielen gezeigt und genau da steigt dieses Beispiel hier ein. Well, today I'd really like your help solving a math problem. I'm all ears. What math problem can I help you tackle today? So I'm going to write down a linear equation on a sheet of paper and I'll show you. And then I'd love your help working me through it. But importantly, don't tell me the solution, just help give me hints along the way. Got it. Oh, okay, I see it. Hm, no, I didn't show you yet. Just give me help along the way. One second. Okay, okay. Sie lässt sich auch trotzdem nochmal nicht mal verarschen. I got too excited. Aber da, ihr seht, hier fängt es jetzt dann an, echt extrem interessant zu werden. Also wie gesagt, auf meiner Handy-App habe ich es ausprobiert, da ging das so noch nicht. Auf dem Handy konnte ich es echt schon runterladen. macOS ging es so in der Form nicht. Aber ich habe da irgendwie noch keinen Zugriff drauf. Aber das, schaut euch das an. Also die kann jetzt dann also eben auch Video. Aber, und das ist halt der Unterschied zusätzlich noch dazu. Wie gesagt, ihr habt, wenn ihr das Gemini-Video angeschaut habt, habt ihr möglicherweise in der letzten halben Stunde, Dreiviertelstunde da gesehen, wie ich mir da einen abgebrochen habe mit der Verarbeitung Video. Und das war für mich so ein Mega-Feature. Und jetzt hauen die das mal eben hier so nebenbei raus. Und jetzt kannst du das noch eben mit dem iPhone machen und so ein Krams. Und du brauchst halt noch nicht mal hingehen und stundenlang irgendwelche Videos transkribieren und so, damit die die besser versteht, sondern die versteht die jetzt einfach so. Die kann die jetzt hören und die kann die sehen. Und das ist halt einfach schon so, hei, 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 und dann jetzt einfach, guckt euch es an hier. Ready when you are. So, ChatGPT. What equation did I write down there? Ah, I see it now. You wrote down 3x plus 1 equals 4. Yep, exactly. So, what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side. So, what do you think we should do with that plus 1? Okay, I'm going to try to subtract 1 from both sides and then I'll see what I get. Great idea. Perfect. Ja, und ihr seht, wir machen da an dieser Stelle mal aus, also ihr seht, worauf das hinausläuft. Das ist halt schon echt special, muss man sagen. Und wenn man auch sowas mal weiterspinnt, ne, würde das in Zukunft bedeuten, dass man im besten Falle tatsächlich in Zukunft Lehrmaterialien für jeden Menschen auf dieser Welt ganz speziell auf ihn zugeschnitten machen kann. Also, ja, das ist also schon echt speziell und das ist halt eine der Sachen, für die ich bei mir persönlich die KI auch am meisten benutze. Entweder als Coding Helper oder sowas oder, ne, also um damit Ideen realisieren zu können, die ich sonst selber nicht bauen könnte. und eben an dieser Stelle dann jetzt halt eben um Sachen zu lernen und das ist einfach echt so unglaublich gut. Ja, und weil ich es gerade angesprochen habe, Coding, auch dazu haben wir hier noch was. Okay, and to give a bit of background on what's going on, so here we have a computer and on the screen we have some code and then the ChatGPT voice app is on the right. So ChatGPT will be able to hear me, but it can't see anything on the screen. So I'm going to highlight the code, command C it, and then that will send it to ChatGPT. And then I'm going to talk about the code to ChatGPT. Hey, ChatGPT. Hey there, how's it going? Yeah, it's going really well. I was wondering if you could help me with a coding problem today. Of course, I'd love to help you out. What's the coding problem you're dealing with? Okay, I'm going to share with you some code. One second. Sure thing. Take your time. Okay, so I just shared some code with you. Could you give me a really brief one-sentence description of what's going on in the code? This code fetches daily weather data for a specific location and time period, smooths the temperature data using a rolling average, annotates a significant weather event on the resulting plot, and then displays... Und auch das, ne, wie gesagt, ein Teil von euch wird es wahrscheinlich kennen, ne, dieses andauernde hin und her und her und hin und her und her und hin. Gerade heute, ich hab's vorhin noch gesagt, hab ich das noch erleben dürfen und mir dann gedacht, boah, wie blöd bist du manchmal, scheiße, ehrlich. Ja, aber das ist halt da auch echt unglaublich impressing. Also in Zukunft dann eventuell im besten Falle seine Programmierprobleme am Hundespaziergang oder so von ChatGPT lösen zu lassen, während man dann ab und zu mal die Hunde abpfeift hat, die sich nicht wieder in einem Köttel wälzen und dann im nächsten Moment eben kurz sagt, ey, mach mal da weiter, ChatGPT. Also, pff, schon echt krass, ne, wie gesagt, wir dürfen halt eben auch nicht vergessen und auch das ist halt eben auch das, äh, unglaublich krasse. Klar, die Maschine oder das Model dahinter läuft logischerweise bei OpenAI auf den Servern, aber nichtsdestotrotz dürfen wir dann halt nicht vergessen, wir haben da echt einen unfassbar, unfassbar krass schlauen, mega, super Agent in der Tasche, der, ähm, ja, tatsächlich blöderweise halt eben noch Internet braucht, aber das ist schon echt so, so krass. Also, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu merke, ich schwelge hin, super Lativen. Naja, aber wir sind dann auch am Ende schon fast jetzt dann tatsächlich bei dieser Folie, ich glaube, jetzt haben wir da alles so ein bisschen hier mal abgefrühstückt, was noch ganz interessant ist, vor allem für mich, das war halt auch immer so eine Sache, die mich total abgefuckt hat halt, aber klar, es geht halt eben nicht anders. Also, die Trainingsdaten sind jetzt, äh, relativ aktuell und reichen zurück bis in den Oktober 2023. Also, ich weiß noch, als man angefangen hat, da waren die dann noch so weit zurückliegend, ich weiß noch, als ich meine ersten Stable Diffusion Prompts mal erstellen wollte. Und wo ChatGPT halt eben gar nicht genau wusste, was Stable Diffusion ist, wo man teilweise erstmal Ewigkeiten Zeit damit verbracht hat, sich, äh, Infos aus dem Internet zusammen zu kopieren und die, die dann als Kontext mit da rein zu printen, damit die halt ein bisschen was wusste. Ja, und jetzt, ja, jetzt kommen wir da schon ein bisschen in Oktober, das ist jetzt gar nicht so lang her, das heißt also, die weiß schon relativ viel, weiß tatsächlich auch schon von ihren Mitstreitern auf dem Markt und so, also, schon nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall eine, zwar eher nebensächliche News, aber halt eben eine gute, aber wie gesagt, die größten News auf dieser Seite hier sind eben einfach diese beiden GPT-4O frei nutzbar für alle und halt Desktop und Mobile App da am Start. Also, die passen ja, die gehören ja irgendwie so ein bisschen zusammen, also das ist halt einfach das Allergrößte da in der Geschichte, ne. Ja, ihr seht es schon hier, was heißt das denn jetzt für die Pro-User? Ja, also, so Leute wie uns jetzt, die dafür bezahlt haben, die denken sich als, was soll der Scheiß, ne? Jetzt bezahle ich da Dick Kohle für oder was und was habe ich davon? Und ich denke, es wird auch den einen oder anderen geben, der jetzt halt eher so eher sporadischer Pro-User ist, der sich denkt, ja, warum soll ich denn dann jetzt noch das monatliche Entgelt bezahlen? So viel mehr habe ich davon gar nicht. Ja, und was ihr jetzt mehr davon habt, seht ihr hier auf dem Screen, denn die Pro-User haben jetzt ein höheres Nachrichtenlimit in App und Web. Das sind nämlich jetzt statt 40 nun 80 Nachrichten pro Stunde. Und die Kosten der API-Abfragen sind um 50% gesunken. Das ist ein ganz schön, ganz schön großes Ding. Das ist also schon durchaus interessant. Ja, und dann so ganz salopp gesagt, wurde das Next Big Thing angekündigt für die Pro-User in so einem Nebensatz. Ja, aber wie ich gerade schon gesagt habe, also wenn ich jetzt da so ein Standard-User bin, der zwar nicht mal investiert hat, viele von denen werden im Zweifel gar nicht auf die 40 Nachrichten pro Stunde kommen, wenn du da nicht die ganze Zeit vorhängst. Also ich komme da wahrscheinlich irgendwie drauf, weil ich den ganzen Tag da irgendwie mit am Start bin. Also für mich ist das durchaus interessant, aber für viele wahrscheinlich eher wieder nicht. Genauso wie für viele eben auch die 50% reduzierten Kosten für die API sehr wahrscheinlich komplett uninteressant sind. Weil eigentlich ist die API auch nur dann interessant, letzten Endes, wenn du wirklich was automatisieren willst und ein bisschen was mehr machen willst, was über den Chat hinausgeht. Also für die meisten User eben uninteressant. Ja, aber da müssen sie irgendwann, denke ich mal, jetzt was kommen lassen. Also die können die Pro-User jetzt nicht so stehen lassen. Ich denke mal, diese Pro-User sind jetzt auch erstmal tatsächlich mit so ein bisschen impressed von den ganzen Fähigkeiten. Wobei ich aber auch schon mitbekommen habe, dass sich hintenrum eben schon auch so ein bisschen Ärger laut macht. Weil ja, wie gesagt, auch ich habe es heute gemerkt. Also einerseits fand ich die heute extrem dämlicher und ich bin tatsächlich hin und wieder dann auch wieder in irgendwelche Grenzen gerannt, weil so viel los ist. Und auch wenn die das jetzt da die Nachrichtenlimits und so erhöht haben, wenn man in die Dokumentation reinschaut oder in deren Seiten, dann behalten die sich zu jeder Zeit das Recht vor in Stoßzeiten oder wenn viel los ist, auch die Pro-User zu begrenzen und das wieder runterzuschrauben. Klar, dann geht es erst an die Free-User, aber auch die Pro-User können da begrenzt werden. Und ja klar, natürlich rumort es da intern bei den Leuten, die das jetzt halt schon lange intensiv nutzen. Die sagen, was soll jetzt der Scheiß, jetzt kommen der Hans und der Franz dazu und jetzt können wir das nicht mehr richtig nutzen, so ein Käse. Ja, aber wie gesagt, ich denke, da wird bald was Großes dann nochmal für die anderen kommen, ob jetzt noch dieses Jahr oder wann auch immer. Aber das wird eigentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, denke ich. Ja, für mich tatsächlich und möglicherweise für einige von euch auch eben in der Tat ganz interessant. Also wirklich sogar, ehrlich gesagt, sogar fast interessanter als die 40 auf 80 hochgesetzten Nachrichten, weil wenn man mehr prompten wollte, gab es schon Mittel und Wege, wie man an mehr Nachrichten gekommen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Was halt echt interessant ist, an dieser Stelle sind halt die reduzierten Kosten für die API, weil letzten Endes machen wir uns nichts vor. Also es gibt halt natürlich den einen Teil der User, die jetzt halt eben total darauf bedacht sind, halt ihr Privatsphäre und so was. Und halt gerade aus diesem Grund Open Source Modelle benutzen wollen, auch wenn die dann ein bisschen schlechter sind oder so. Und es gibt aber eben auch super viele Leute, die sich halt so wie ich zum Beispiel jetzt auch auf die Suche nach Open Source und billigeren Alternativen gemacht haben, weil das halt eben ganz schön teuer sein kann und ich durch Zufall, habe ich glaube ich auch in einem Video schon mal gesagt, ohne da richtig drauf zu achten, aus Versehen an einem Tag mal eben 100 Euro auf dem firmeninternen OpenAI-Account verknattert habe, weil ich da ein paar Tests gemacht habe und ich nicht geschnallt habe, dass diese Tests so viel Token erzeugt haben, dass es richtig teuer geworden ist. Und halt an einem Tag war eben ein Huni weg, weil ich nicht geguckt habe, ne. Ja, wie gesagt, jetzt ist es ja deutlich günstiger geworden, ist halt immer noch nicht billig, aber deutlich günstiger. Und das ist jetzt gerade, wenn es um das Thema AI-Agenten geht, also dazu kommen wir bald auch nochmal, dann wird es jetzt gerade wieder deutlich interessanter, weil auch da ist tatsächlich zuletzt der Trend dann hingegangen zu versuchen, ja okay, wie viele, welche Agenten nehme ich da jetzt, ich nehme dann hier und da mal ein Schlechterer und gönne mir dann halt einen Guten, und da das Ganze zusammenhält und dann ist halt GBT4 aber immer noch relativ teuer. Aber wenn es jetzt eben nur noch die Hälfte kostet und ihr da so ein, echt so ein Flagship-Model am Start habt, dann macht es durchaus schon Sinn, sich da zu überlegen, okay, komm, jetzt mache ich mal so ein bisschen Gönnung und gebe halt ein bisschen an meine Kohle dann doch an OpenAI, um einfach dann für mein Geld auch das beste Model zu bekommen. Weil so weit liegen tatsächlich jetzt die Preise der einzelnen Anbieter dann gar nicht mehr auseinander. Da müsste man jetzt nochmal ganz genau einen Preisvergleich machen, den ich tatsächlich noch nicht gemacht habe, aber ja, die werden sich jetzt in Kürze der Reihe nach alle immer weiter unterbieten, das ist ganz klar. Also einerseits unterbieten mit dem Preis und überbieten mit dem Token-Window. Übrigens komischerweise eine Sache, mit der ich eigentlich gerechnet habe, also es ist jetzt irgendwie ein bisschen größer geworden, aber da ist jetzt noch nicht so signifikant viel passiert in Sachen Eingabe-Tokens. Also ihr wisst ja wahrscheinlich durch mein letztes Video, wie ich dazu stehe. Da hätte ich mir eventuell noch was mehr gewünscht. Naja, aber man kann ja nicht alles haben und wie gesagt, ich habe da noch, wenn ich das zeitnah jetzt schaffen sollte, echt noch ein kleines nettes Special-Feature für euch. Also da kommt noch was in Sachen Token-Windows. Jetzt schauen wir aber erstmal weiter, nachdem wir uns jetzt hier die Facts zum Pro-User-Stuff angeschaut haben. Gucken jetzt mal auf die nächste Folie und das sind dann hier so ein paar kleine Run-Facts, die auch noch so ganz interessant durchaus sind. Ja, Part 3 mehr oder weniger. Es gibt jetzt auch eine Partnerschaft mit Apple. Also Siri nutzt dann in Kürze auch Chat-GPT intern. Und ja, jetzt gibt es die ja auch dann, also die App gibt es dann auch zuerst für macOS. Also ist schon durchaus interessant, also mit den beiden großen Playern, mit Microsoft und auch mit Apple dann da eine Partnerschaft am Start. Also ja, die bringen sich jetzt überall rein. Und damit kommen wir jetzt quasi auch dann wieder zum Punkt, der da, der so ein bisschen da, da rein spricht. Jetzt kommen wir auch so ganz, so ganz langsam, aber sicher so ein bisschen auch zu so einer eigenen Meinung und ein paar Gedanken, die ich dazu habe. Eins muss man nämlich ganz klar sagen, der Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, auch wenn ich den jetzt persönlich nicht auf dem Schirm gehabt habe, dieser Zeitpunkt, der war ganz bewusst gewählt. Also das hat man auch dann tatsächlich durch die verschiedenen YouTube-Kanäle Rumoren gehört. Und der Hintergrund war, es gab schon einige von den Jungs, die dann wohl rechtzeitig zur Google I.O. 24 angereist waren in Mountain View, also die dann da anstand. Und ganz, ganz klar, Open Air hat das Ding da so schnell reingeschoben, um denen nochmal so richtig einen vor die Bude zu kacken, bevor die dann ihre eigene Sache da machen. Und tatsächlich, das muss man ganz klar sagen, das hatte ich in dem Gemini-Video ja, glaube ich, erwähnt, die sind da ganz schön überrascht worden, als Google da im März vor kurzem rauskam mit diesem, mit Gemini 1.5, mit diesem riesen Token-Window, die dann zuerst quasi das vorgestellt hat mit den Videos und so weiter und so fort und die ganz klar auch den Weg des Assistenten gehen, also die ihr KI-System, also die Gemini und das Ganze, was dahinter steckt, als, ganz klar, als KI-Assistenten verstehen. Und ja, die sind da im Moment mehr oder weniger möglicherweise tatsächlich echt ganz schön gefährlich geworden oder ganz schön stressig geworden. Und dann haben die sich von Open Air gedacht, komm, den kacken wir einem vor die Tür. Das Ding ist nämlich halt der Impact, den die damit jetzt ausgelöst haben, dass sie das freigegeben haben, der ist so viel größer, so viel Aufsehen kann, Google jetzt im Moment gar nicht mehr erzeugen. Also Google erzeugt jetzt gerade Aufsehen dann noch mit den Sachen, die sie rausgehauen haben bei Gemini und dem ganzen anderen Krams, Notebook-LM und so bei so Nerds wie mir oder ein paar von euch. Aber der große und ganze Kern der Leute da draußen kriegt das überhaupt nicht mit, dass da von denen überhaupt noch was passiert. Und genau das war im Endeffekt das Ziel dahinter. Und das war auch letzten Endes ganz klar, muss man so sagen, das Ziel der Öffnung für alle User. Das war ganz bewusst gewählt. Also ich habe es gerade schon mal gesagt, es war einerseits hat man einfach nur noch darauf gewartet, dass das Model in der Lage ist, solche Funktionen jetzt auszuführen, dass man da auch wirklich so ein Flagship loslassen kann auf die Menschheit. Und wie gesagt, der zweite Punkt ist jetzt halt eben, man hat da jetzt eben gewartet und jetzt gesagt, so jetzt hauen wir das raus, bevor die anderen jetzt alle kommen, weil das Rennen ist gerade echt verdammt knapp. Das muss man einfach so sagen. Alle wollen sich da auf diesem Markt positionieren. Und ich gehe davon aus, dass OpenAI mit diesem Move durchaus jetzt auch eine ganze Menge Kohle verliert, weil die, ja, eventuell werden einige Pro-User weggehen. Jede Menge Leute werden den Krams jetzt einfach erstmal ausprobieren. Das heißt, das wird eine ganze Schweinemenge Kohlekosten immer wieder diese ganzen API-Anfragen, diese ganzen Chat-Anfragen. Ich weiß jetzt gar nicht, was eine einzelne kostet, aber billig ist es halt eben nicht. Also das wird ein ganz schöner Haufen Geld sein, den die da rausschmeißen. Und wenn wir bedenken und im Hinterkopf behalten, dass die ja nicht erst seit gestern schon die ganze Zeit eigentlich wieder am Akquirieren sind und Investoren suchen und mehrere hundert Milliarden, Billionen, Trillionen, was auch immer, einsammeln wollen, um entsprechend größere Modelle zu trainieren Richtung AGI und so, ja, dann muss man schon ganz klar verstehen, das ist hier ein ganz klar bewusst geplanter Move, der halt auch, wenn er teuer ist und wehtut, auf jeden Fall einen strategischen Hintergedanken hat. Und dazu zählt halt eben auch, das ist halt ja nicht nur Gemini ist gefährlich geworden, also jetzt kam dann, die Nachrichten haben sich ja in den letzten Wochen auch da hingehend einfach überschlagen. Also erst Elon Musk, der dann ganz persönlich Sam Altman und OpenAI angegriffen hat und nach dem OpenAI gefragt hat, also in OpenAI gefragt hat und gefragt, wie es da aussieht mit den Models, warum die denn nicht freigegeben werden für die Öffentlichkeit und bla bla bla. Klar, man wusste ja, der will die halt einfach nur anpissen. Letzten Endes hat es aber dazu geführt, dass der sich wieder so weit aus dem Fenster gelehnt hat, dass er dann was liefern musste, dass er dann im Endeffekt einer der Ersten oder der Erste war, der halt quasi ein großes Model in großen Teilen freigemacht hat, nutzbar für die Open-Source-Community. Ja, und dann dauert es plötzlich nicht lange und dann auf einmal kommen, die wollten ja vor kurzem noch gemeinsam in den Ring steigen und sich aufs Maul hauen, also Elon Musk und der Sacky Bergy. Ja, und dann auf einmal haut der ein paar Wochen später das Lama 3 Model raus und dann das Model Lama 3 einmal eine 8 Billionen und eine 70 Billionen Parameter-Variante. Also eine Variante, die in den letzten Wochen auch ganz schön Wellen geschlagen hat, weil sie halt in der Tat auch an teilweise an Möglichkeiten von JetGPT rankamen und er hat es einfach so mal eben freigegeben, er hat da Millionen oder Milliarden auch investiert in das Training und als das Ding dann soweit fertig war, hat er einfach gesagt, jo, liebe Leute, liebe Open-Source-Community, das könnt ihr jetzt haben und das bedeutet, da kommen jetzt Leute halt auch in den Genuss, die mit so, ja, wenn du hier so einen fetten Rechnerpark zu Hause stehen hast, so wie ich, dann kannst du halt mit dem Zeug schon echt was anfangen, ohne halt an OpenAI zu gehen und so weiter und so fort, ne. Ja, und da waren einfach, das sind dann einfach so viele Moves da hintereinander gewesen. Google, Elon Musk, dann Facebook, also richtig große Player, die dann da angreifen und OpenAI hat mit diesem Zuge im Endeffekt jetzt eigentlich nichts anderes gemacht, außer versucht, sich ganz klar auf dem Markt zu positionieren, ganz klares Statement zu setzen und im Endeffekt eigentlich dafür zu sorgen, dass halt, ja, ja, eigentlich soll der Markt, Moves so sein, dass die Leute im Endeffekt halt OpenAI oder Chat-GPT als Synonym für KI sehen. Ja, und egal, welcher schleimige Stratege auch immer dahinter da die Fäden gezogen hat, letzten Endes ist es egal, man muss einfach sagen, tatsächlich, ganz klar, das war ein extrem schlauer Move, wenn man den mal so durchdenkt, das hat schon echt für was gesorgt. Ja, und ihr seht's hier, hier steht tatsächlich, das Video hat sich jetzt auch wieder überholt, ich bin einfach nicht schnell genug gewesen, das ist dann schon von gestern Nacht, beziehungsweise heute Nacht, also da hat Google auf der IO24 das Project Astra vorgestellt, also ihre neue Weiterentwicklung von Gemini und ihre Weiterentwicklung Richtung Assistenten und so weiter und so fort. Ja, und ehrlich gesagt, außer so ein paar Nerds wie mir und den Leuten, die halt dann da in Amerika direkt vor Ort waren oder so, hat wahrscheinlich größtenteils kaum jemand mitbekommen. Das ist schon echt unfassbar krass. Also nur zum Vergleich, die sind nicht so weit auseinander gewesen in der kurzen Zeit, aber das Video, was mich auch gerade wundert, dass es tatsächlich noch so wenig sind, aber das Video von OpenAI zu der Vorstellung von GPT-4O hat 3, noch was Millionen Aufrufe und das Video von Google zu Project Astra und zu der gesamten Google I.O., wo ja nicht nur das vorgestellt worden ist, hat irgendwie insgesamt 200.000 Aufrufe. Ihr seht schon ganz andere Relations, ganz andere Verhältnisse und dann wird einfach klar, letzten Endes ging es einfach darum, ja, letzten Endes eigentlich das zu machen, was Google damals so ein bisschen quasi mit ihrer eigenen Suchmaschine gemacht hat. Also Googlen ist zum Synonym fürs Suchen im Internet geworden und ganz ehrlich, also ich benutze tatsächlich bis heute keine andere, auch wenn das möglicherweise blöd ist, aber ich wette von euch, benutzen auch 98% der Leute benutzen Google, komplett ohne schlechtes Gewissen, machen dann einfach, warum auch, man hat es sich so angewöhnt, man kennt es nicht anders, scheißegal, ob die jetzt da irgendwie Daten mitsammeln und letzten Endes haben die sich da damals auch so einfach in den Markt reingezeckt, haben alle anderen letzten Endes daraus verdrängt, so, dass es am Ende dafür gesorgt hat, dass eigentlich niemand anderes mehr so eine blöde Suchmaschine entwickeln musste, weil wofür? Wird doch eh nicht benutzt, außer von so ein paar abgefreakten Nerds, die, was weiß ich, im Zweifel für die Rettung des Planeten irgendwo bei so einer Baum-Suchmaschine irgendwas suchen. Ja, okay, hör mal, ich höre jetzt mal auf so ein bisschen assi zu sein, also das jetzt mal ein kleiner Spaß am Rande. Na, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Und das war ganz klar, wie gesagt, deren Ziel. Ja, ein paar Gedanken und Meinungen dazu. Also hier dieser erste Punkt, den muss ich da tatsächlich direkt revidieren, bevor die mich auch hier richtig verknacken oder so eine Scheiße, denn zumindest steht es so in deren offizieller API-Dokumentation und in deren offizieller Dokumentation im Allgemeinen, dass die Daten und Prompts, egal von welcher API-Schnittstelle, ob jetzt von den Chat-Completions, von der Image-Generation oder sonst was, dass die nicht zum Trainieren und Feintunen genutzt werden. Da geht ja immer so ein bisschen um Daten-Safety. Das war so ein Grundgedanke, den ich eigentlich ursprünglich dahinter hatte, den ich dann an dieser Stelle revidieren muss, den ich aber jetzt einfach hier nicht rausgenommen habe. Ja, wie gesagt, so ein anderer Punkt, so ein Soft-Point dürfte sein oder vielleicht auch gar nicht so ein Soft-Point, aber jetzt diese ganze Desktop-App und der ganze Käse, das soll natürlich, denke ich auch, die Menschen und die Nutzer auf eben das richtige Next-Big-Thing vorbereiten. Was haben die da in der Scheiße? Was haben die da? Keine, ist da wirklich, was ist Q? Kommt da irgendwann jetzt diese AGI und letzten Endes, das wissen die auch, die müssen sich versuchen, zumindest dann mit den Leuten gutzustellen, die da vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind und Angst haben. Umso mehr Leute, die schon mal jetzt vorab auf ihre Seite holen und dann, ja sagen wir mal so ein bisschen, tatsächlich vielleicht sogar schon von der KI abhängig machen, weil wenn du damit einmal angefangen hast, dann hörst du halt nicht mehr auf. Das ist wie so eine Sucht, sage ich ja, in meinem Fall zumindest. Sobald die dich angefixt haben mit dem Krams, bist du einmal mit drin. Und umso mehr Leute, die damit anfixen, umso wahrscheinlicher ist das, dass die halt einfach ohne großartige Probleme, ohne großartige Kritik, ohne Angriffe, ohne Palawa einfach weitermachen können. Ja, und das andere, das habe ich jetzt gerade eben ja schon gesagt, Marktstellung sichern und die anderen klein halten. Ja, und da zeige ich es ja hier auch. Erinnert euch an Google damals und wie viele Suchmaschinen ihr bis heute nutzt. Ja, und in dieselbe Kerbe schlägt auch so ein bisschen dann, da hatte Matthew Berman zuletzt in einem seiner Videos drüber gesprochen. Ich glaube, da gab es auch noch ein paar andere Videos zum Thema. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. OpenAI wollte sich kürzlich oder hat einen Vorstoß gewagt, sich mehr oder weniger, ich sage es jetzt mal so, Zugriff auf die GPUs der Nutzer zu verschaffen. Dabei geht es jetzt gar nicht darum, dass die die jetzt nutzen wollten, um zu gucken, dass die damit rechnen können. Nee, nee. Denen ging es darum, dass die, ihr seht es hier auch, dass jede GPU sollte kryptografisch zertifiziert werden. Ja, und ganz einfach gesagt, ganz salopp in der Kiki-Sprache gesagt, heißt das wieder, wer nicht mitspielt und seine GPU nicht kryptografisch zertifiziert hat, der darf dann zum Beispiel vielleicht auch eben zu Hause keine lokalen Models mehr nutzen. Der kommt dann halt nicht mehr dran bei Hugging Face oder so ein Kram. Das kriegt dann eben nichts mehr. Dann ist das Spielchen da vorbei. Ja, und die machen sich da dann tatsächlich so breit, also so große Angriffe da jetzt auch schon reinzuknattern. Und ich verlinke das Video da gerne mal zu. Das könnt ihr euch dann anschauen. Das ist teilweise echt erschreckend, also auch mit welchem Selbstverständnis da dann rangegangen wird. Und ihr seht hier, auch wenn ich ein Fan von dem ganzen Zirkus bin und auch echt extrem viel GPT-4 und auch OpenAI und so nutze, erlaube ich mir trotzdem einfach eine kritische Meinung dazu und auch kritisch damit ins Gericht zu gehen, weil ich finde eben auch nicht alles gut, was da ist. Und ich sehe natürlich auch den Impact, dass die sich da so ausbreiten und alle anderen klein machen. Und das sind jetzt, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die evil sind, aber das sind jetzt auch, am Ende des Tages machen wir uns nichts vor, machen die das nicht aus Nächstenliebe. Und deswegen, die haben wir das Model auch nicht rausgegeben, weil, wie in dem Video gesagt wurde, dass denen die Menschen so am Herzen liegen. What the fuck? Die Menschen interessieren die ehrlich gesagt einen Scheiß. Also jetzt mal ganz blöd, die interessieren nur, dass die Menschen dann halt nutzen. Aber gut, wisst ihr das selber, brauche ich auch nichts erzählen. Ja, kommen wir da nochmal und da nochmal ein bisschen anschließend nämlich nochmal drauf zurück. Also OpenAI und die GPU-Krise oder was auch immer. Also auch das hier sind Informationen, die ich direkt tatsächlich aus dem Matthew-Berman-Video habe, was ich euch hier gerne verlinke. Denn OpenAI hat ein sogenanntes Voluntary Security Commitment eingereicht. Also ihr seht es, eine freiwillige Sicherheitszusage an das Weiße Haus. Also die mussten ja irgendwann schon mal da Rede und Antwort stehen. Na, was ist da los mit der KI und so was. Ja, und dafür mussten die dann Sicherheitszusagen machen und innerhalb dieser Sicherheitszusagen im weitesten Sinne, muss man das jetzt so erklären, hat OpenAI diese GPU-Zertifizierung als Teil ihres Sicherheitskonzeptes verkauft oder vorgeschlagen. Ja, und letzten Endes ist halt die Hoffnung dahinter, dass OpenAI auch im Thema Sicherheit am Ende des Tages Branchenstandards setzt. Ja, und das heißt dieses GPU-Dingen, GPU-Zertifizierung, ja, es geht um Sicherheitsstandards, ja, bitte, die sie halten sollen für ihr eigenes Unternehmen, für ihre eigene KI und dann kommen die mit einer Zertifizierung für die User. Was hat denn meine Grafikkarte in meinem Computer mit der Chat-GPT von OpenAI zu tun? Rein gar nichts, so eine hanebüchene Scheiße letzten Endes, ne. Ja, aber da wird halt dann das ausgenutzt, dass da halt einfach so, dass man sich da halt als großer Player, der jetzt dann halt auch ins Weiße Haus geladen wird und da aufgerufen wird, dass man da jetzt die Möglichkeit hat, irgendwelche Sachen einfach so mal mit reinzudroppen, ne. So, wie gesagt, die wollen dann da auch im Thema Sicherheit eben Branchenstandards setzen und dafür sorgen, dass alle anderen sich nach den von ihnen gerichteten Standards richten, ne. Und Matthew Berman sieht das halt eben auch als Versuch, regulatorische Standards zu beeinflussen. Also da halt direkte Einflussnahme auch auf den Start zu nehmen und dafür zu sorgen, dass dann halt hier eben KI in Zukunft nach den Regeln von OpenAI gespielt wird. Also heißt nämlich, wie gesagt, also gerade diese einfach mal so ganz blöd in den Raum gestellte Sache, so von wegen, ja, wenn ihr eure GPU nicht zertifizieren lasst, spielt ihr halt eben das Spielchen nicht mehr mit, ne. Ja, und dann seht ihr auch da, das ist ja halt eine Geschichte, die halt auch viele in der OpenSource-Community umtreibt. Wenn das dann so kommen sollte und es da so starke Regulatorien gegebenenfalls sogar weltweit geben sollte, dann sind halt auch die eigenen Daten bei OpenSource-Modellen nicht mehr sicher, ne. Also, warum auch immer ihr jetzt keinen Bock habt, dass die Leute das da sehen, was ihr da rumtrainiert oder was nicht. Aber letzten Endes muss man da sagen, genauso wie ihr ein Recht auf eine Privatsphäre in eurer Wohnung habt und alleine kacken gehen könnt, sehe ich das tatsächlich auch so, dass ihr auch in Sachen KI meiner Meinung nach deine Privatsphäre habt und letzten Endes trainieren und machen könnt, was ihr wollt. Und, ja, ist ein anderes Thema, können wir uns nochmal irgendwann drüber unterhalten, aber das ist halt eben, ne, das, was die sich hier geleistet haben zum Thema GPUs, ist halt echt schon eine Hausnummer, aber halt ganz klar muss man sagen, die News zu GPT-4O überdecken das halt einfach, da kriegt ja keiner mit, ne. Ja, aber an dieser Stelle war es das jetzt tatsächlich auch mit quasi den Folien und am Ende habe ich jetzt für alle Interessierten, aber trotzdem nochmal unabhängig von diesen Folien, nochmal was Kleines, Nettes mitgebracht zum Spielen und vielleicht sind einige von euch einfach nur bis jetzt dran geblieben, weil euch das am meisten interessiert hat. Jetzt gibt es nämlich von mir nochmal ein leckeres, kleines, knuspriges Code-Beispiel, was ich mir da so zusammengebaut habe und da habe ich dann einfach mal versucht, tatsächlich die Sachen, die halt eben da jetzt so, ja, so angepriesen werden, die das Ganze jetzt so ausmachen, halt einfach mal in Code umzusetzen und zu gucken, was man damit machen kann und euch auch zu zeigen, was daran im Zweifel halt so cool ist. Ja, der geneigte Betrachter mag es schon erkennen, wir haben hier ein kleines, aber feines Python-Projekt vor uns in PyCharm von JetBrains. Ja, und was ich euch heute zeigen möchte, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht und ja, deswegen hat das Video eigentlich überhaupt nur so scheiße lange gedauert. Also immer, wenn ich mir dann irgendwelche Sachen für euch ausdenke, damit ich die so zusammenbasteln kann, dann sitze ich da und manchmal fällt mir dann einfach nichts ein, weil ich ja, entweder denke ich dann einfach zu kompliziert oder whatever und ich merke halt einfach auch ganz klar, das habe ich in einem anderen Video auch schon mal gesagt, ich bin halt nicht so der Standardtyp von diesen KI-Typen, der Großteil von denen nutzt es halt, um eben E-Mails sich beantworten zu lassen, sich einen Reiseplan machen zu lassen, sich Termine eintragen zu lassen und sowas, aber so ein Typ bin ich halt nicht. Das ist von meiner Welt sowas von dermaßen weit entfernt. Ich habe noch nie einen Kalender benutzt. Ich würde alles machen, aber nicht mir von irgendeinem komischen Agenten meinen Urlaub planen lassen, wenn ich überhaupt meinen Urlaub fahre. Also das heißt, all diese ganzen Sachen, die die meisten so benutzen für irgendeine Automatisierung und all so einen Zirkus oder all das, was die sich daraus bauen, das ist für mich dann immer so, ja, interessiert mich nicht. Mich interessieren halt eher so, ja, so manchmal dann eher kreative Sachen. Ja, wobei wir jetzt an dieser Stelle doch wieder so ein bisschen an der Stelle, ja doch vielleicht ein bisschen Business sind, weil ich halt auch dann an dieser Stelle versucht habe, wieder was zu machen, was eventuell für so, eventuell langfristig in einem Arbeitsprozess sinnvoll sein könnte und was vielleicht auch den ein oder anderen von euch Jumlai-Usern hier eben wieder abholt. Denn was wir uns heute angucken, ich habe da mal so ein kleines Skript gebaut und bitte, bitte, liebe Jusim-Jungs, verklagt mich nicht oder haut mich nicht. Ich habe jetzt einfach mal hier eure Seite mir angeschaut und habe da mal einfach so sporadisch jetzt drei Screenshots rausgemacht, mal einfach so relativ durcheinander. Ihr seht, es ist ja so einmal hier so ein, keine Ahnung, Startseite, so ganz billig, da mal eben dann hier so ein kleines Block-Grid und dann einmal so eine Auflistung, so eine Preistabelle. und was wir jetzt an dieser Stelle gemacht haben oder was ich gemacht habe oder machen will, ist, dass wir ein, dass wir diese Bilder in einem Verzeichnis hinterlegen, dass wir diese Bilder aus dem Verzeichnis an Chat-GPT senden, dass Chat-GPT diese Bilder für uns analysiert, feststellt, was da rauf ist und uns dann quasi den Inhalt des Bildes als valides HTML zurückdippt. So sagen wir im Endeffekt mal so ein, wie ich es letztens bei dem Open UI-Video vorgestellt habe, wie so einen ganz kleinen, billigen, selbstgebauten Web-UI-Maker. Wir sind da ja, das ist jetzt nur mal so eine Idee, wie man das Ganze anstarten könnte. Also ich werde das auch bei GitHub-Committen so, dass ihr das eben nachvollziehen könnt und euch das anschauen könnt. Ja und ich würde sagen, wir schauen über diesen, über diese Version 3 jetzt einfach mal drüber. Ich hatte bis jetzt tatsächlich noch nicht die Lust, sie, die so anzupassen wie die anderen Versionen. Ich habe also extra damit, wenn wer das Ganze so ein bisschen nachspielen will, bin ich halt extra hingegangen und habe überall, ich glaube so macht man das in Python gar nicht, aber damit es ein bisschen netter aussieht und einfacher nachzuvollziehen ist. Ich habe überall Kommentare reingeschrieben, damit man dann den Stellen den Code nachvollziehen kann. Also dürfte das tatsächlich auch für die Leute, die jetzt mit Python gar nicht so viel an der Browser haben, relativ einfach nachzuvollziehen sein. Das ist dann eigentlich gar nicht so schwer. Also ich habe versucht, an allen Stellen, wo es irgendwie sinnvoll und wo es gut war, eben solche Kommentare reinzuschmeißen, um euch das eben einfach so ein bisschen näher zu bringen. Ich habe es in der V3 jetzt nicht mehr komplett so gemacht, aber die Versionen 1, 2 und 3, die sind nur in Details zum Teil unterschiedlich. Das heißt also, ja eventuell pflege ich es irgendwann noch nach, aber ansonsten könnt ihr auch da in diesen Versionen nachschauen. Ja, wir gehen jetzt aber trotzdem mal zurück in die Version 3 und hier dieser API-Key wird natürlich dann von mir umgehend gelöscht. Wir haben hier oben jetzt einmal die ganzen Sachen, die importiert werden. Dann haben wir hier den API-Key. Ich habe euch aber auch dafür nochmal, wenn ihr das wirklich nachspielen wollt und ausprobieren wollt, ich habe hier nochmal so eine Requirements-TXT mit reingepackt, wo halt die entsprechenden Requirements mit installiert werden, wenn ihr diese Datei ausführt. Ich habe auch nochmal eine kleine Readme dazu zugepackt, falls wie gesagt einer da nochmal richtig Bock hat, richtig dann rumzueiern, also wie das Ganze installiert wird, wie ihr das ausführt, wie ihr die virtuelle in Umgebung einrichtet, wie ihr eben die Requirements installiert und ich habe schon reingeschrieben hier, wie ihr dann die am besten diese Dreier-Version benutzt. Könnt ihr euch da mal angucken, vielleicht könnt ihr, habt ihr da noch ein paar Ideen dazu, Fragen dazu, whatever. Aber gehen wir erstmal in die Dreier rein und sehen jetzt hier schon, wir rufen einmal den Chat-Completions, Endpoint auf, also das ist der ganz normale Endpunkt, also der API-Endpunkt, an den man quasi seine Nachrichten schickt. Das heißt, da schickt ihr dann einfach Text rein oder in unserem Fall, was wir jetzt hier gemacht haben, dann eben auch Bild und die neue GPT-4O-Version kann in den Chat-Completions tatsächlich jetzt auch Vision. Also Vision heißt eben, dass die jetzt auch Bilder erkennen kann, anschauen kann. Das heißt, ihr könnt das jetzt so mitgeben, das ging vorher nicht so ohne weiteres. Also es gab schon die Möglichkeit von Vision. Dafür gab es dann tatsächlich einen komplett eigenen API-Endpoint, also dass wenn ihr da sowas machen wolltet, musstet ihr an der Stelle, soweit ich da informiert bin, da habe ich es tatsächlich noch nicht gemacht, aber ich meine, da war es so, dass ihr im Endeffekt dann zwei unterschiedliche Calls an die API schicken musstet und die dann wieder verarbeiten musstet. Und jetzt kriegt ihr das alles quasi zusammen in einem. Ja und da haben wir also einmal diesen Completion Endpoint. Ihr seht, wir haben an dieser Stelle dann den Namen des Modells, wo ich natürlich sofort mich dann für GPT-4O entschieden habe, um eben dieses Modell auszuwählen. Wir haben hier einmal einen Images-Folder, da kommen die Quell-Images rein, aus denen gelesen werden soll. Also wir packen halt einfach in irgendein Verzeichnis Summe X an Bildern von Webseiten rein, von Web-UIs. Es geht jetzt hier tatsächlich nur um die Generierung von Web-UIs, Spaßeshalber. Die packen wir dann da rein. Dann legen wir hier fest, welches Output-Folder wir haben wollen und wie innerhalb des Output-Folders, wenn da was drin ist. Also das ist jetzt aber nicht mehr relevant, das war aus einer älteren Version, wie dann dort die Bilder abgelegt werden. So und dann haben wir hier nochmal einmal diesen Image-Generations-Endpoint und den Verweis auf das DAL-E3-Model. Auch das sind Sachen, die werde ich jetzt in der Version 3 nochmal raushauen, weil die haben hier eigentlich gar keine Relevanz mehr, denn es gibt an dieser Stelle kein Modell mehr, das ein Bild generieren soll. Denn letzten Endes habe ich nach Stunden und Aberstunden frustrierten Rumprobierens, und ihr dürft nicht vergessen, ich wollte eigentlich nur ein möglichst nettes, einfaches Beispiel machen, was ihr nachvollziehen könnt, von dem ihr irgendwas habt und was mir auch noch ein bisschen Spaß macht. Und letzten Endes habe ich mich so weit von dermaßen komplett verrannt. Ja, und da ist ja im Endeffekt daraus die einfache Version entstanden, aber damit ihr das Ganze auch so ein bisschen nachvollziehen könnt und ich finde, da sind jetzt einfach, wie gesagt, für mich persönlich auch sehr, sehr interessante Sachen bei passiert, die, an denen ich euch so ein bisschen teilhaben lassen möchte. Ich habe aber extra deswegen, ihr seht, dass hier auf dem Screen mehrere Versionen, ich hatte es ja gerade schon angerissen, Version 1, 2 und die Version 3 und ich werde die auch alle so zusammen committen und ich werde die tatsächlich auch alle mit den Source-Images und so weiter und so fort committen, damit ihr im Endeffekt letzten Endes tatsächlich auch die gleichen Experimente oder Spielereien machen könnt, so wie ich sie auch gemacht habe. Ich werde euch nur halt eben keine API-Keys mit dazu droppen, die müsst ihr euch schon selber organisieren. Ja, aber wie gesagt, also der Hintergedanke war dann, das jetzt hier aufzubauen und was ich euch sagen kann, also unabhängig von diesem ganzen Code-Gehampel, was ihr jetzt hier so seht, ne, also kann ich euch ganz klar sagen, ne, also das Coding-Thema ist generell hier bei dem ganzen KI-Scheiß, gerade letzten, ehrlich gesagt, letzten Endes nahezu das fast Unwichtigste, also okay, nicht, ja, okay, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber das ist tatsächlich deutlich weniger wichtiger, als die meisten von euch denken, also die meisten werden wahrscheinlich denken, ihr könnt halt nur mit KI rumspielen und da irgendwelche geilen Sachen zaubern, wenn ihr coden könnt, aber nein, genau das braucht ihr nämlich gar nicht. Letzten Endes werdet ihr sehen, also die Magic in dem ganzen Sheet hier liegt, die liegt letzten Endes daran, wie ihr euren Prompt verfasst und das wird auch eine ganze Zeit lang noch der Fall sein, dass die Leute, die halt richtig mit einer KI sprechen können, die gut prompten können, die kriegen halt die geilen Sachen raus und es wird immer weiter, tatsächlich, davon gehe ich aus, auch den Weg dahin gehen, dass man immer weniger Code braucht, weil sich immer mehr so realisieren lässt und letzten Endes brauchen wir den Code ja in der Tat aktuell sowieso nur, um diesen Gap zu schließen zwischen den Sachen, die die KI jetzt eben nicht kann, weil sie da nicht dran kommen, zum Beispiel so ein KI-Betriebssystem uns vorstellen, dann sind solche Sachen total hinfällig, dann kommt die überall dran, kann jedes Programm selber aufmachen und so ein Zirkus, dann brauchst du keine Umwegeprogramme mehr schreiben, die dann irgendwie dafür sorgen, dass, äh, was weiß ich, ganz umständlich deine Maus über X- und Y-Koordinaten über den Bildschirm bewegt wird, um eventuell so ein Programm anzuklicken, das ist dann hinfällig, ne, wisst ihr, wie ich meine, also ich gehe davon aus, dass eben genau in diesem Zuge Programmieren immer unwichtiger werden wird, nichtsdestotrotz bin ich nach wie vor der Überzeugung, ich glaube, man sollte auch heute trotzdem noch programmieren lernen, weil auch durch das Programmieren lernt man halt eben einfach, finde ich persönlich, besser zu prompten, also ganz unwichtig ist es nicht, aber ich denke, eine Schlüsselfähigkeit der nächsten, des nächsten Jahrzehnts, möglicherweise keine Ahnung, wie lange der Zirkus dann hier so geht mit so Prompts, wird auf jeden Fall der Prompt-Engineer sein, ja und ihr seht, also das ist auch hier in meinem Fall tatsächlich, ja, denke ich, das Wichtigste, was ich hier an dem ganzen Ding gemacht habe und ich gebe euch die auch gerne noch, dann nochmal mit rüber, aber wir schieben mal eben hier, dann ist das ein bisschen besser zu lesen als in dem Analyse-Prompt, wir schieben mal eben hier einmal rüber, womit ich angefangen habe und ja, wie gesagt, ich kann euch nur sagen, ich habe es dann einfach wieder übertrieben, ich vogel, anstatt, dass ich das Ganze einfach mache und erst mal so zeige, was kann das ganze Ding, ne, ich muss halt eben wieder Vollgas geben, das heißt, also ich wollte dann eben nicht nur, dass die KI das Screenshot-Bild, was ich hier reingeschickt habe, analysiert und mir den, äh, die HTML-Struktur dort ausliest und generiert, die sie dort sieht, sondern ich wollte jetzt auch noch, dass sie im besten Falle erkennt, wenn da ein Fließtext-Bild bei ist und wenn da eins bei ist, dass sie das halt nach bestimmten Kriterien in ein JSON-Objekt schreiben soll. Wer da Interesse dran hat, so ein bisschen da drin rum zu wühlen, dann kann ich das möglicherweise auch gerne einmal veröffentlichen, also hier entweder als gutes oder als schlechtes Beispiel, wie auch immer, ne, ich habe mir hier sehr oft angewöhnt, habe ich auch in meinen letzten Videos ja schon häufiger gesagt, halt bestimmte Sachen mit Nachdruck zu wiederholen und in diesem Fall jetzt eben dafür zu sorgen, dass ich genau die Antwort zurückbekomme, die ich brauche und weil ich ja natürlich einerseits nicht umsonst einfach Tokens rausdroppen will und auf gut Glück und gucken will, ob das so irgendwie funktioniert oder so, ne, gehe ich tatsächlich immer hin und nutze in dem Fall halt den Pro-Account der Firma und schreibe da meinen Prompt rein und schreibe und setze den halt einfach so dort rein, wie ich halt den dann später mehr oder weniger an die KI auch senden würde. Das heißt, ich probiere da letzten Endes meinen Prompt aus und gucke, ob das Ganze so funktioniert. Genau dasselbe habe ich natürlich jetzt auch hier gemacht, weil, ne, sonst verschenkt man eventuell eine ganze Menge Zeit. Also bin ich jetzt hier auch hingegangen und habe an dieser Stelle jetzt einfach erst mal dieses Compare Plans reingegeben, hab dann da mein Prompt reingeknattert, hier tatsächlich sogar, ihr seht noch eine etwas leicht veränderte Version. Dann habe ich aber hier irgendwie nochmal wieder abgebrochen und hab hier, jetzt seht ihr, jetzt hab ich hier an dieser Stelle, ich hab's abgebrochen, hab gedacht, ne, das ist es nicht, ne, ich mach jetzt mal den ordentlichen Prompt da rein, wieder dasselbe Bild. Oh, und da kam das schon alles so raus, wie es sollte und ja, okay, keine Bilder gefunden, macht ja Sinn, ist richtig. Okay, hab ich im zweiten Step probiert, gleichen Prompt, anderes Bild. Ich wollte halt das Bildfeature da auch testen und dann muss ich sagen, war ich tatsächlich, als ich diese Antwort bekommen habe, schon wirklich irgendwie echt total geflasht, weil letzten Endes, gucken wir da einmal rein, also hier ein Mann, der auf den Laptop guckt da irgendwie, ein Mann, der auf Code guckt und ja, eine Frau, bei der man sieht durch das Licht, durch die Beleuchtung, es wird sehr wahrscheinlich Abend oder Nacht sein und ja, man programming at desk, widescreen, man looking at code, woman working on laptop in a car, night time, also beeindruckend, tatsächlich beeindruckend, auch das Format, genauso wie ich es wollte, ansonsten auch tatsächlich jede Formatierung richtig verstanden und das ist halt eine so eine Sache, die halt gerade bei diesem Erstellen von den Prompts eben so unfassbar wichtig ist, dass ihr dafür sorgt, dass ihr, wenn ihr solche Specials jetzt hier machen wollt, dass ihr dafür sorgt, dass die Antwort im besten Falle nie failen kann, also garantieren kann man das nie, der kann immer mal irgendeine Scheiße labern und dann ist irgendwas kaputt, dass es so nicht weitergeht, aber das ist das, das große Ziel vom Ganzen, zum Beispiel in diesem Fall jetzt hier bei mir war das große Ziel vom Ganzen dafür zu sorgen, dass die Aufgabe für das Modell in jedem Step erst dann erledigt ist, wenn sie mir definitiv mit einem Closing HTML-Tag geantwortet hat, hat sie das nicht getan, ist letzten Endes die Aufgabe nicht erfüllt, ganz salopp gesagt, da habe ich meine, meine, ja da habe ich meine ganze, meine ganze Energie in den Prompt letzten Endes hineingelegt, um das da so hinzubiegen und wie ihr seht, deswegen habe ich das jetzt dann auch weiterverfolgt, also hier hat das anstandslos geklappt, alles klar, wunderbar, habe ich schon gedacht, Junge, wie geil ist das denn, hast du jetzt hier den super Prompt, der da zusammengebaut hat, oder was ist das denn hier, Prompt-Ingenieur-Kiki, oder was, naja, ja, ich mache mich gerade so ein bisschen über mich ja selber lustig, aber ja, ich habe mich tatsächlich echt gefreut, habe gedacht, jo, alles klar, give it a go, und allein nur deshalb habe ich da so viele Stunden reingesteckt, weil ich halt eben diesen schönen Chat hier vor mir hatte, wo ich gesagt, den kann ich dann mit denen teilen und die Bilder sind ja ganz nice und auch kummer hier und super, ja, und dann ging die wilde Fahrt los, also ihr seht schon, jetzt habe ich irgendwann hier angefangen, ihr seht, jetzt kommt hier irgendwann mal so eine URL mit rein und all so einen Zirkus, und ich kann nur sagen, dann ist das Ganze extrem falsch abgebogen, nachdem ich dann alles soweit vorbereitet hatte und mit der Version 1 an den Start gegangen bin, habe ich das erste Mal etwas losgeschickt über die API und eben nicht über den Chatbot. Ich hatte schon relativ viele Debugging-Statements drin und habe am Anfang deswegen blöderweise nicht sofort was gesehen, weil ich mir halt eben dooferweise auch die Bilder habe mit ausgeben lassen, und irgendwann habe ich dann aber festgestellt, weil halt eben keine Antwort kam und weil eben nichts in meinem Output-Verzeichnis landete. Irgendwann bin ich halt hingegangen und habe mir da das komplette Dokument vollgeknallt bis oben hin, ihr werdet es sehen, mit Print-Statements, also damit ich so im Zweifel an jeder Zeile, wo irgendwas passiert, ausgegeben bekomme, was passiert. Ja, und so habe ich dann relativ schnell rausgefunden, nachdem ich dann endlich auch mal die Response von dem Modell mir habe ausgeben lassen können, dass ich mit jedem dieser einzelnen Scheiß-Bilder sofort in ein Token-Limit gerannt bin von 30.000 Tokens. Ja, wie kann das denn? Was ist denn da mit den 128.000? Ich hatte auch selbst dort noch mal nachgeschaut im Kundenbereich, also in unserem Login-Bereich und da hat gesehen, dadurch, dass wir an Summe, was wir ausgegeben haben, aktuell tatsächlich halt nur 30.000 Tokens per Minute. So, dann habe ich schon gedacht, so ein bisschen hatte ich ja so die Preise im Kopf, da habe ich gedacht, boah, leckumio, weil die ganze Idee, was du jetzt hier hast dafür, also okay, für so ein Beispiel jetzt, um euch das hier mal zu zeigen, ist das ja ganz witzig, ist das ja nicht so teuer, aber dann war eigentlich, hatte sich damit für mich persönlich, ehrlich gesagt, dieses Real-World-Example schon fast wieder erledigt, weil dafür sind dann doch wieder aktuell dann noch zu teuer, wenn das jetzt da, es kam dann halt so irgendwann raus, also, dass ich da für teilweise für das einzelne Bild irgendwie für dieses hier, dass wir da zum Start mal eben mit 170.000 Tokens reingegangen sind, nur für das Bild, nur für das Bild, für nichts anderes, das hat mich dann tatsächlich nochmal wieder Stunden gekostet, weil ich halt auch überhaupt genau gar nicht so wusste, was los war und ich habe mir tatsächlich in der Tat auf der Seite von OpenAI dann angeschaut, wie sie, wie die Berechnung für die einzelnen Bilder ist, wie die das aufteilen und meine Bilder sind hier, ihr seht das 1072 mal 768, die gehen dann dahin und in meinem Fall von meinem Bild jetzt würde, würde das halt so, wie wir das jetzt versendet haben, würde das in vier Teile mehr oder weniger geschnitten, für die muss ich dann bezahlen und summa summarum, ich habe es dann ausgerechnet mit Hilfe von ChatGPT natürlich und es wären eigentlich nach der Rechnung bei, von dem, was OpenAI auf ihrer Seite angibt oder ausgibt, hätte ich eigentlich 580 Token für eines der Bilder bezahlen müssen, unabhängig, was da jetzt drauf ist, ob da jetzt Text drauf ist oder Löwe oder ein Furz, das ist am Ende des Tages legal kostet, ungefähr 500, 600 Token, so ganz grob, aber was habe ich gerade gesagt, ich habe gerade von 170.000 Token gesprochen, das ist eine ganz andere Hausnummer und ja, egal wie ich es gedreht und gewendet habe, ich habe das quasi einfach nicht in den Griff bekommen, also die sind immer zu groß gewesen, ich habe dann teilweise eben gar keine Antworten bekommen und von der API eben nur als Response immer eine Fehlerantwort, dass das Token Limit da überschritten worden sei und ja, dann ist eben auch nichts generiert worden, also extreme frustrating und das war halt diese Version 1, mit der ich angefangen habe, also die Nutzung der Vision API, also auch über diese Completions, über diesen Completions Endpoint, über diesen Chat Endpoint, der bietet halt die Möglichkeit, also dass man einerseits die Bilder als Base64 encoded, also als ein String, quasi ein Base64 String an die API schickt, quasi direkt oder zweite Alternative ist, ihr könnt die Bilder als URL versenden, könnt aber zum Beispiel dann jetzt halt nicht irgendwie einfach aus GitHub oder so raus versenden, ich glaube, da müsstet ihr dann noch was basteln. In meinem Fall habe ich es dann gemacht, ich habe es zum Spielen halt einfach auf dem privaten Server mal hochgeladen und habe mir da dann die Bilder vorbereitet, aber diese beiden Optionen gibt es, also ihr müsst halt ja auf jeden Fall die Möglichkeit haben, irgendwo dann, wenn ihr das Ganze per URL machen wollt, entweder Bilder zu grabben, die irgendwo online schon liegen oder euch entsprechend welche vorzubereiten und die auf den Server zu packen, dass die halt abgerufen werden können und diese beiden Varianten sind dann hier auch vorbereitet, also das heißt die Version 1 ist meine erste Spielerei-Version, die das Ganze realisieren sollte auf Basis des Base64-Codes. Die V2 ist dann halt der erste Switch rüber in den Versuch des Versandes via URL. Wenn ihr die Bilder als URL verschickt, dann sind die dadurch erzeugten Tokens deutlich, deutlich geringer. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das jetzt hier eingebaut habe, ob ich da auch so einen Token-Counter mit drin hatte, aber es ist überhaupt gar kein Vergleich mehr. Ihr bezahlt dann eigentlich nur noch einen Bruchteil der Tokens, die ihr bezahlen würdet, wenn ihr jetzt da halt ein Base64 reinknallt. Ja, allerdings ist halt die Tatsache, dass die Bilderkennung bei Bildern, die via Base64 reingeprintet worden sind, besser funktioniert. Ich habe mir das die ganze Zeit jetzt so vorgestellt, eigentlich im Großen und Ganzen, dass das letzten Endes auch so funktioniert, wenn ich halt so ein Bild da als Base64 reinprinte, dass ich ihr dann genauso ein Bild reingeschickt habe, als wenn ich das per, so wie ich das gerade mit diesem Chat hier gezeigt habe, wo ich mit der gesprochen habe, wo ihr dann da eventuell diese Bilder gesehen habt. Also ich bin davon ausgegangen, dass das ganz genauso funktioniert und ich dann halt eben an dieser Stelle dann quasi letzten Endes einfach über Umwege dem Modell einfach halt einen Screenshot in den Chat printe. Und ich glaube, ganz im Kern ist das auch so. Ja, aber die Antwort oder das Verhalten, die Verarbeitung des Bildes, des ein und des gleichen Bildes ist trotzdem im Browser, im Chatverlauf, wenn es dort reinkopiert ist, anders als wenn ich es quasi in den, ja, meiner Auffassung nach ähnlichen oder gleichen Chatverlauf mit dem Model reingeknallt habe. Das bedeutet also für mich ganz klar und eindeutig, also die Antworten und die Sachen, die man von API und von dem Chatbot bekommt, sind definitiv durchaus unterschiedlich, obwohl sie beide dann auf das GPT-4O-Modell in meinem Fall dann zugegriffen haben. Also ich habe dann online quasi im Chatbot genau das gleiche benutzt, was ich auch benutzt habe, wenn ich das über die API abgerufen habe, aber das Ergebnis war in der Tat etwas anderes und meine Prompt, diese erste Idee, die habe ich aber im Browser einfach durchgekriegt und der hat im Browser diesen Task auch erfüllt und zwar ohne Probleme. Das heißt also, da ist er dann doch durchaus in der Lage, wie auch immer das jetzt zusammenhängt, also wenn da einer von euch eine Erklärung oder einen Kommentar zugehört, lasst ihn gerne da. Das bedeutet also auf irgendeine gewisse Art und Weise ist die Interaktion und die Eingabe der Daten und die daraus resultierende Verarbeitung über die Web-Oberfläche dann eben noch besser als über die API, weil wie gesagt, ich habe den gleichen Prompt genommen, das ist alles gleich, also ich habe das mal gemacht, was ich dann von meiner Seite aus machen kann und habe eben trotzdem was ganz anderes rausbekommen und während der Chatbot, ich habe es danach heute Mittag nochmal irgendwann probiert, ob er mir auf denselben Prompt mit denselben Bildern wieder eine sinnvolle Antwort geben würde. Ja, und das hat geklappt, aber nichtsdestotrotz, klar, machen wir uns nichts vor, also habe ich ja gerade auch schon mal gesagt, also mir war dann durchaus irgendwann schon bewusst, dass ich da möglicherweise jetzt schon wieder so eine Geschichte rausgesucht habe, die ja für den Anfang vielleicht ein bisschen viel ist und dass halt das auch eine Geschichte wäre, die andere an der Stelle jetzt mit Agenten machen würden und unterschiedlichen abrufen oder unter dem Aufteilen der Tasks und Aufgaben und ich habe jetzt versucht, zwei relativ komplexe Aufgaben mehr oder weniger an einen Prompt zu senden und mir ist auch dann dabei aufgefallen, irgendwann wenn die Antworten von OpenAI zurückkamen von dem Chatbot und wenn ich denn dann mal irgendwann geschafft habe, was zurückzubekommen, weil das mit den Bildern geklappt hat, dann waren die Antworten tatsächlich nie das, was ChatGPT da auf den Bildern hat sehen können, nämlich eben das, was hier stand, sondern irgendwie war dann meistens dann irgendwann so ein Rumgenudel mit, dass die mir einfach so ein blödes Lorem Ipsum aufgestellt hat, aber sich im Kern mehr auf die Arbeit fokussiert hat, die intern liegenden möglichen Fließtextbilder zu erkennen und denen Namen zu geben und ich glaube, damit habe ich die so dann möglicherweise in Bezug auf die API durcheinander gebracht, dass die da auch immer wieder gefällt ist, weil die hat sich dann einfach irgendeinen Quatsch ausgedacht, also irgendwann schon so, dass ich wirklich den Prompt auch insofern refined habe, die hat teilweise sich einfach so einen Zirkus ausgedacht, was da halt einfach nicht stand. Ja und ganz klar, an der Stelle war es dann eben dieser zusätzliche Wunsch eben noch diese Bildgenerierung gleichzeitig in einem Prompt mit abzuwickeln, das was halt eben über die Web-Oberfläche problemlos halt einfach funktioniert hat, das ließ sich halt eben über die API nicht so recreaten und habe das einfach so genau versucht, programmatisch da nachzubilden, das hat eben nicht geklappt. Wie gesagt, vielleicht hat auch einer von euch eine Erklärung dafür, warum, weshalb, weswegen das gerade so passiert ist oder warum, weshalb, weswegen eben nicht. Das ist ja für mich tatsächlich nicht ganz so uninteressant und nämlich da kommen wir jetzt auch zu einem nächsten Thema, nämlich wieso verfickt noch eins, haben meine Bilder so einen hohen Token-Count, obwohl die eigentlich ja, wie gesagt, 580 haben sollten. Ja, ich habe dann einfach echt noch etwas länger rumgeknuspert und auch das habe ich euch dann hier mal mit committed. Es gibt hier in dem GitHub-Projekt einen Ordner, der heißt Test-Helper. Da gibt es jetzt einmal so eine Python-Datei, die macht letzten Endes nichts anderes außer bei den Bildern, die dahinter liegt. Je nachdem, welche ihr da jetzt dann auswählt, welche ihr da reinschreibt, dass die, die zählt jetzt einfach im Endeffekt die Token-Limits. Ihr seht, auch da hatte ich irgendwann jetzt keinen Bock mehr, das alles nochmal zu fixen. Also ich hatte immer gesehen, dass halt Bild 1 und Bild 3 eigentlich relativ ähnlich sein mussten und eigentlich halt auch relativ ähnliche Token-Limits haben sollten. Hatten die aber nicht, die waren tatsächlich teilweise sehr unterschiedlich, also habe ich die beiden dauerhaft genommen, um an denen Experimente durchzuführen. Kleiner Debugger, um mal eben reinzuschauen, was ist denn da überhaupt Phase, um überhaupt erstmal so einen Überblick zu bekommen, nämlich halt, wie viele Tokens werden durch ein so ein Base64-Bild erzeugt. Ab einem gewissen Punkt kam ich mit meinem, ich sag's mal, Nöbelwissen in Sachen Python und Python-Debugging einfach so nicht mehr weiter und war dann so ganz blöd gesagt so ein bisschen im Blindflug. Ich konnte halt meine Prints da hier rausknallen, die kann ich halt in jede Zeile rausknallen und gucken, was da irgendwie ankommt, aber es war halt an manchen Stellen immer noch so, ja, ist jetzt das, was ich da wirklich hingeschickt habe? War jetzt der Base64 wirklich der generierte, den das Model gekriegt hat? Ist da jetzt überhaupt mal wirklich das drin, was ich gemacht habe? Wusste ich alles gar nicht. Deswegen gibt es jetzt hier die Funktion Test Images, also die habe ich mir einfach im Endeffekt halt nur erzeugt, die macht halt nichts anderes eigentlich, außer so einer Art kleinen Image Viewer aufzumachen, mit dem ihr das Base64 generierte Bild angucken könnt. Ist halt, wie gesagt, nur so eine kleine Überprüfungstestfunktion. Ja, und die letzte, das ist hier tatsächlich aber in der Tat die wichtigste Funktion, die Resave Images Funktion. Macht euch daraus dann optimierte oder bearbeitete Ressourcen. Und ihr seht, es gibt jetzt hier insgesamt, ich habe das auch extra so in drei Ordner aufgeteilt, dann könnt ihr da nämlich auch nochmal, wer Interesse daran hat, einfach nochmal nachforschen, was der Unterschied zwischen diesen verschiedenen Arten ist. Also ich bin da irgendwann mit einem gewissen Punkt nicht mehr tiefer reingegangen. Also ich habe dann so eine Auflistung gemacht, können wir uns gleich auch nochmal ausgeben lassen, wo dann halt einfach aufgelistet worden ist, wie sehr sich das Token Limit oder wie sehr sich diese Token Grenze über diese Prozesse verringert hat. So und bevor wir den ganzen Kirmes da jetzt mal rausklabustern, ich habe jetzt hier an dieser Stelle mal quasi eben gerade aus einem Gespräch mit meinem Kollegen das Ganze rauskopiert. Ich habe da netterweise nämlich einen Kollegen, mit der mich so ein bisschen durch die KI-Lore begleitet. Lieben Gruß an den Marco an dieser Stelle und mit dem hatte ich heute schon darüber diskutiert und ihm auch schon mal die Daten zur Verfügung gestellt, damit er gleich nochmal mit eigenen Daten selber Tests machen kann, um eventuell eben auch noch Erkenntnisse für sich draus zu ziehen. Und ihr seht, also das war nämlich das, womit es dann für mich heute morgen dann begann oder dann halt als das Skript dann nicht soweit fertig war, dass ich damit arbeiten kann, war es dann halt eben das, was ich euch gesagt habe hier. Diese Antwort habe ich bekommen von der API, nämlich Request to Large for GPT-4 Turbo Preview. Also da habe ich sogar schon auf die GPT-4 Turbo Preview umgeschaltet, weil ich gedacht habe, dass es irgendwas ändern würde, hat es aber in der Tat nicht. Und ja, ihr seht, also ich habe da meine Tokens per Minute TPM ausgereizt mit einem Limit von 30.000. Und hier, das war jetzt schon eine der Anfragen, wo ich dann schon hingegangen bin und die Bilder so ein bisschen bearbeitet habe und damit ich da so ein bisschen was rausgekriegt habe. Also ja, und dann gucken wir mal eben weiter. Also ihr seht dann jetzt hier, dass zumindest in diesem Token-Limit, in dem ich derzeit unterwegs bin, solange wir da nicht mehr Geld ausgeben, dass auch ein besserer Prompt nicht geholfen hätte. Ich wäre nämlich dann tatsächlich einfach deshalb vermutlich immer wieder ins Token-Limit gerannt und dann, ja, dann ist das Ding in die Antwort möglicherweise einfach, dann ist das einfach im Arsch. Nichtsdestotrotz hat mich das Prompt wegen den Bildern einfach interessiert, weswegen ich da auch einfach weiter nachgeforscht habe und ich musste sie eben faktisch einfach kleiner kriegen, damit ich die da reinschicken konnte. Und ihr seht jetzt hier diese Funktion Resave Images. Die bearbeitet die Bilder alle nochmal durch. Ihr könnt euch gerne in der Python-Funktion angucken, was sie da jetzt im Einzelnen macht, aber dahinter listet die dann immer in Zahlen auf. Es geht hier einmal, das ist die Content-Length, also wie das vorher, wie lang das da war, wie die Content-Länge des Base64-Images war. Also es war immer ein Base64-String, mit dem ich hier gearbeitet habe. Und dann seht ihr daraus, da unten drunter in der zweiten Zeile dann der jeweilige Token-Count eben für das Bild. Also habe ich mich da gerade vertan. Natürlich waren es 121.000 Tokens bei Sample 1. Nach dem Optimieren dann nur noch 72.000. Ja, und das Resafen hat das Bild letzten Endes kleiner gemacht. Das NoExif hat jetzt gar nicht mehr wirklich was gemacht. Ja, tatsächlich, wer weiß, wem von euch das auch so geht, wenn er das hier eben so testen möchte. Ich kam halt nicht drumherum. Also nichtsdestotrotz, trotz aufgeräumten Promptes und allem repariert, musste ich trotzdem einmal vorab diese Resafe-Images-Funktion durchjagen. Ja, und was soll ich halt sagen, ne? Dieser Auszug aus der Dokumentation, der deckt sich halt so absolut überhaupt gar nicht mit den Erfahrungen, die ich jetzt hier gemacht habe. Also das, ja, ich würde mich freuen, falls einer von euch da eben einfach einen guten Einwand, eine gute Idee oder sonst etwas zu hat und da vielleicht ein bisschen Aufklärung betreiben kann. Da weil, ne, vielleicht verstehe ich da auch einfach grundsätzlich irgendwas total falsch. Ja, wie gesagt, das hat mich auf jeden Fall extrem Nerven gekostet. Was ich halt daraus gelernt habe, ist eben, ich weiß jetzt, dass das Versenden der Images via URL eben deutlich günstiger ist, aber war halt eben für meinen Fall, wo ich halt eine möglichst genaue Erkennung brauchte, jetzt halt eben nicht unbedingt zielführend. Also behaltet das vielleicht immer so ein bisschen im Hinterkopf, um so genauer eure Bilderkennung, wenn ihr es da mit Bilderkennung machen wollt, sein muss, umso, ja, umso besser sollte dann das Bild auch sein. Also dann müsst ihr im besten Fall halt Base64 nehmen. Wenn jetzt, sagen wir mal, ihr Bilderkennung machen wollt, aber ihr da relativ grobe Sachen dann quasi nur erkennen müsst, meinetwegen irgendwie nur erkennen müsst, ob da irgendwie, sag ich jetzt mal, schwarz drin vorkommt oder rot oder sowas, oder ich sag dann jetzt mal ganz so salopp, dann würde ich da eventuell auch überlegen, ob ich die ersten Tests mit der Image-URL-Geschichte mache, weil vom Prinzip her funktionieren die beide relativ ähnlich, halt nur der, die Sachen, die ihr reinschickt, sind halt eben anders, aber der Prompt, den ihr dann da verschickt, der ist vom Prinzip her relativ gleich, den gibt es halt natürlich dann auch in der jeweiligen Dokumentation. So, und dann gucken wir mal hier, ihr seht nämlich, hier haben wir den einmal, glaube ich, ist der mit drin. So, wo haben wir den? Prompt. Da. Hier ist halt dieser Standardaufbau, wie der Prompt dann an diese Chat-Completion-Geschichte jetzt hier aussehen muss. Und wenn wir da halt ein Bild mitschicken wollen, wenn wir da Visionen mitschicken wollen, dann müssen wir halt eben hier unseren Prompt einmal anpassen. Der hat so ein ganz kleines bisschen eine andere Struktur und schaut halt immer zwischendurch in die API-Dokumentation rein, weil ab und zu ändert sich da auch mal eben was. Und ich hatte dann halt einen alten Endpoint genommen, weil ich dachte, ja, da wird ja schon klappen. Hab dann aber eben nicht gesehen, dass dieses Format jetzt dann hier so entsprechend angepasst werden musste. Also danach funktionierte das auch. Und ja, ich hab mir dann eben die beiden Varianten gebaut. Einmal für die Image-URL und einmal hier eben für diese Base64-Encoding-Geschichte. Ja, so, jetzt haben wir aber tatsächlich auch genug gelabert an dieser Stelle, bevor es dann nämlich jetzt langsam Richtung Ende geht und ich euch dann auf den Code loslasse und da so ein bisschen rumspielen lasse. So, was haben wir da jetzt? Ein WebUI-Generator minus V3.py. Also ich führe das jetzt, ihr seht das hier an dieser Stelle einfach ganz plain in meinem PyCharm aus. Ihr seht hier vorne ist schon dieses Punkt V-Enf dran. Das PyCharm geht halt hin und macht halt zu jedem, zu jedem Projekt, was ihr da einstellt. Ihr könnt auch da noch im Zweifel einen anderen Namen geben, aber es legt halt schon zu jedem Projekt so ein kleines V-Enf an, wo ihr gar nichts mehr großartig machen müsst, was dann halt kausal zu dem Projekt gehört. Da braucht ihr euch dann gar nicht mehr so großartig drum kümmern und ihr könnt dann hier relativ einfach eben diese PIP-Install-Sachen ausführen oder eben, wenn ihr es jetzt hier zum Beispiel für das Nachmachen von dem Video braucht, auch in PyCharm, könntet ihr jetzt hier auch einfach die PIP-Install-Requirements relativ easy going-out führen und drauf installieren. So, und jetzt wollte ich euch das gerade zeigen, direkt mehrere Mist-Sachen auf einmal gemacht. Ich habe mich vergessen, hier oben, zum Glück hat das jetzt nicht geklappt, ich habe mich vergessen, hier oben den Ordner zu ändern und ich wollte diese Ursprungsversion, die halt mal funktioniert hat, mir jetzt nicht einfach überspeichern. Das hätte ich jetzt aber eigentlich gerade fast getan. Mal gucken, wie lang der jetzt hält. Ich will hoffen, der hält lange genug, dass wir es wenigstens einmal ausprobieren können. So, wir fuchsen den hier mal eben rein, unseren neuen schnuckeligen Muckel-Key. Ja, und jetzt, ich habe es hier umgenannt, damit es jetzt halt eben nicht wieder genau zu demselben Käse kommt. Also unser Source-Folder ist halt eben hier dieses Resaved-Sources. Also im Vergleich seht ihr eben deutlich kleiner. Übrigens, bisher Tests nur gemacht von meiner Seite aus mit JPEG und PNG. Also die Veränderung von PNG zu JPEG ist also auf jeden Fall extrem. Also ich bin danach direkt auch auf JPEG umgeswitcht und ihr könnt hier auch sehr, sehr gerne schauen. In den Source-Images-Test habe ich im Original-Ordner auch die Original-PNGs nochmal drin gelassen. Also so, wie ich das erzeugt habe. Also ihr habt dann im Endeffekt exakt die gleichen Dateien, die ich auch benutzt habe. Ich werde also diese Resaved auch mal reinballern. Denn das Token, diese Token-Geschichte wird ja nach wie vor ein großes Thema sein. Und am Ende des Tages ist es einfach so, umso weniger Tokens ihr mitschickt, umso günstiger ist quasi im Endeffekt auch eure Anfrage. Das heißt also, umso besser wir das hinkriegen, unsere Bilder zu komprimieren, die kleiner zu machen, die irgendwie so zu bearbeiten, dass die halt immer noch ausgelesen und erkannt werden können. Aber dann das Token-Limit so runterzudrücken, ja. So, wie gesagt, Sample 1 und dann schauen wir mal hoffentlich, dass er jetzt auch in den richtigen Ordner schreibt. So, okay. Oh, soll ich schon trauen? Ne, ich traue mich noch nicht. Wer war? So, es bleibt spannend. Erst beim letzten Bild drei Stück haben wir drin, was ich auf jeden Fall zumindest schon mal sagen kann, was ich gesehen habe. Ihr seht, vielleicht habt ihr es hier oben auch gesehen. Finish, Reason, Stop und tatsächlich immer, also bei den letzten Antworten, die ich gesehen habe, immer ein HTML, was auch geschlossen worden ist. Und jetzt, ja, drückt mir die Daumen oder lasst uns gemeinsam die Daumen drücken. Ich finde das halt total magic. Wenn sowas funktioniert, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dürft ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Also bei sowas hier, ne, wenn das so kleine Spielereiprojekte sind oder gerade jetzt mit so KI-Sachen, wenn da irgendwie sowas funktioniert, wie man sich das geplant hat, also wenn hier der Prompt so funktioniert und da mit dem Code so alles funktioniert und ihr das rausbekommt, was ihr wollt, boah, das ist halt für mich einfach total geil. Das ist einfach, das macht so Bock. Irgendwie ist halt, ja, ich würde schon fast sagen, wie bei irgendeinem Videospiel zu gewinnen oder so. Also manche andere Leute spielen dann halt so irgendwie Videogames für Dopaminkick oder was. Ne, und ich mache sowas hier. Ja, und jetzt, komm, Moment der Wahrheit. Ich mache es nochmal eben ein bisschen spannend. Also wir sehen das erste Bild, Reinvent Your Business und hier zwei von den Boppels. Was kriegen wir? Oh, warte mal. Und ich sehe, ah, doch, 19.50 Uhr. Okay, alles klar, das ist noch okay. Alles klar, ich habe mich jetzt schon gerade erschrocken. 19.50 Uhr, das ist ja von jetzt. Dann schauen wir das erste Mal rein und gucken, hat unser Job geklappt? Was bekommen wir? Ein HTML mit wie von mir gewünschtem Inline-CSS. Okay. Cards sind definiert. Also da gab es auf jeden Fall möglicherweise Cards. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Jawohl! Ach, Freunde, ich freue mich hier in Drops. Also ihr seht es, hier ist unser simple HTML-Generator. Kein Open-Web-UI, wie wir es beim letzten Mal hatten, aber auch in diesem Video habe ich es ja, glaube ich, einmal gezeigt, wie ich da so ein Screenshot gemacht habe und den da reingeknattert habe. Da arbeiten ja mehrere Agenten zusammen. Ich habe das Ganze jetzt hier einfach zusammengebaut mit den neuen Möglichkeiten von GPT-4O. Simples Python-Skript, im Endeffekt halt die Idee war mit das Wichtigste dahinter letzten Endes und, ja, ich kann mich da einfach nur wiederholen. Am Ende des Tages ist der Schlüssel, und das wird es auch noch ganz, ganz lange sein, ist der Schlüssel einfach ein guter Prompt. Ja, viel Nachdenken über den Prompt. Also tatsächlich kann es halt wirklich sein, ne, das kann schon sein, dass ihr im Endeffekt länger an dem Prompt sitzt, als an dem gesamten Coding, ne, und auch den immer wieder refined oder sowas. Ihr seht, guck mal, wenn ich jetzt hier durchskalle, und das ist jetzt schon eher eine kleine Liste, wie ich denn hier, wie oft ich den refined habe oder refined habe lassen, um dann zu gucken, was wird jetzt nochmal das Beste da draus. Ja, aber jetzt bin ich da schon wieder viel, viel, viel zu weit abgeschweift. Also ich gehe wahrscheinlich schon Richtung anderthalb oder zwei Stunden, aber, naja, soll an der Stelle egal sein. Vielleicht hat es den einen oder anderen von euch doch abholen können und auch vielleicht jetzt dieser ganz kleine Exkurs und dieser erhobene Zeigefinger Richtung KI, Mana, Onkel, Kiki, ey, Jungs und Mädels, lernst du prompten, ne. Vielleicht der ein oder andere von euch wird sich wahrscheinlich lustig machen über mein dämliches Gelaber, ne, weil viele von euch wissen es selber. Also den Leuten, die da auch wirklich tief im Thema drin sind, denen erzähle ich jetzt hier auch gerade nichts Neues. Prompt ist key quasi, ne, also da machen wir uns nichts vor. Aber ich weiß halt eben, es gibt auch eben super viele Leute, die halt tatsächlich aus welchen Gründen auch immer noch auf meinem Kanal unterwegs sind und den abonniert haben. Ich habe ja denn die ein oder andere Zuschrift bekommen, ja, die jetzt quasi durch meine Videos mit mir gemeinsam zusammen dieses Thema erstmal für sich entdecken. Also ich hatte tatsächlich auch jetzt letztens jemanden, der mir geschrieben hat, der halt gar nicht wusste, dass er so viel Spaß haben könnte an diesem KI-Thema, seitdem er jetzt gesehen hat, was man damit alles machen kann und tatsächlich wohl das ein oder andere Video von mir nachvollzogen hat. Und ja, und das ist, das ist halt schon cool, wenn ich euch damit so ein bisschen mitnehmen kann und wenn ihr auch Bock drauf habt. Und ich habe es in einem anderen Video gesagt und dann höre ich auch echt jetzt auf zu quatschen, mal Entschuldigung. Wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt oder so oder wenn ihr halt wirklich mal Bock habt auf so einen Livestream, so einen größer angelegten, dann lasst mich das gerne einfach mal in den Kommentaren wissen. Ich habe mir tatsächlich mal vor längerer Zeit, vor anderthalb oder zwei Jahren mit einem Kollegen zusammen alles gekauft, um hier Livestreaming machen zu können, weil ich halt dann eigentlich so ein paar Sachen über meine Musik machen wollte und so ein Zirkus. Aber letzten Endes war das halt so, dass ich mich mental nie in der Lage dazu gefühlt habe, mich auch noch vor eine Kamera zu setzen. Und dadurch sind die ganzen Dinger einfach hier so. Ich habe die jetzt einfach so ein Stream Deck und all so einen ganzen Zirkus. Ja, und die kann ich jetzt dafür einfach benutzen. Also wird sich auch nichts daran ändern. Ich werde dann trotzdem meinen Face nicht in die Kamera halten. Aber das ist gerade das Geile. Deswegen hatte ich jetzt auch Bock, auch diesen Kanal auch wieder aufzumachen. Meine Fresse interessiert hier aber einfach nicht. Das ist einfach scheißegal, wer ich in Wirklichkeit überhaupt bin, solange ich euch den vernünftigen Scheiß rüberbringen kann. Und deshalb habe ich auch gedacht, mache ich das hier einfach mal wieder weiter. Naja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, meldet euch bei mir, schreibt mir Kommentare, lasst mir ein paar Ideen da, was wir in einem Livestream machen können. Lasst was zusammen programmieren, irgendwas Geiles erfinden. Lasst uns die Welt auf den Kopf stellen mit KI, bevor sie von jemand anderem, von jemand anderes auf den Kopf gestellt wird. Also wenn, dann wäre ich schon gerne dabei, wenn, dann wäre ich schon gerne mit dafür verantwortlich, dass Chaos ist. Und da gibt es bestimmt da unter euch auch noch welche, oder? So, Spaß beiseite. Ich wünsche euch was. Tschüss.